und da sind wir im golden im golden saucer warum heißt es eigentlich so ich glaube es heißt golden saucer weil es ist die das goldene ufo saucer saucer ist ufo gold let's go hallo hallo guck mal die mögen mich alle außer red mag mich immer noch nicht ich habe sie so vermisst die girls der ist nicht echt claudo der ist nicht echt hallo gibt es gold saucer kleidung muss extra kleidung hierfür geben hallo ghost square es gibt hier so viel neue sachen es stellt mich immer noch wo sind wir hier er stellt mich immer noch dass die musik ist so unfassbar laut im hintergrund und die stimmen werden und werden nicht lauter gesamt lautstärke 10 hintergrundmusik 7 soundeffekte 7 sprachausgabe 10 leader das ist ein lied sehr schön beispiel zu haben machen wir alles noch leiser leiser komisches sound design hallo hallo ecky dankeschön für den raid wir sind in dem goldenen ufo wo seid ihr marco setzt einfach seine flöte zweimal am tag alles ist ja ich habe gehört das verboten es gab im original auch so so tubes das waren aber ladebildschirme glaube ich cool jetzt sind es echt so tubes in denen man fährt wir waren am fahren bis er nein sagte irgendein ea was gibt es für fahren ea need for speed also das ist mir neu hier irgendwie wünsche ich mir das original nicht zu kennen aber ehrlich gesagt ich habe so vergessen nicht keine ahnung ob das hier wirklich hier waren das ist was die planet die in vor das ist was wir bleiben oder try strom look at it look all of it marco siphon straight from the life stream from our veins hey get a grip man unsers unsers was was wir hier haben? ein Mann mit einer russischenweine über seinen Kopf also wie über eine Liederung um die schmerzen die glasen ob es nicht blöd oder riecht werde ich deine Zukunft lern einfach nicht gehen und schießen zu dem messenger halt es ist ein Kindes spiel bädie guck rütt kreis hier Ja. Okay, Seth. Fortune Tower extraordinaire. Set es da. Hm. Es ist ein Spiel, Ray. Ein ziemlich leiblich. Komm schon, Pal. Gib uns ein Schmerz. Ein Schmerz ist ein glücklicher Ort, mit glücklicher Menschen, nicht wahr? Also zeig uns die glückliche Weile. Zurück! Immer noch, die Stimmen sind so leise im Vergleich zu allem anderen. Du kommst? Äh... Grid Legends? Keine Ahnung, was das ist. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Niemand muss in ihrem Schmerz sein. Was ist dein Lieblings-Shiny-Fantasy? Der Bikini von Tifa. Hallo wieder. Hallo wieder. Hallo wieder. Es ist komisch euren Namen nochmal zu sagen. Deswegen tue ich es nicht. Weil wir haben uns erst vor einer Stunde gesehen. Ich habe mich noch nie so erschreckt in meinem Leben. Tatsächlich bin ich ein bisschen erschrocken. Warum gehört es zur Hauptquest? Es wirkt so, es wirkt alles so komisch. Ding Dong. Achso, das ist das Hotel. Wir müssen schlafen. Okay, okay, okay. Es muss doch in jedem Distrikt ein Hotel gehen. Warum gehen wir ins Horror-Hotel? Hallo? Hallo, ich will nicht dauernd erschrecken. Genau, Kille. Willkommen, verehrte Damen und Herren. Was in der Hölle war das? Hehehe, meine sehr verehrten Entschuldigung. Ich habe keine Römer. Es sind sechs von uns alle. Na ja, fünf in einem Pett. Hm. Kann ich fragen, was für ein Kind Pett ist? Ah. Er sprach. Mach es sechs. Sehr gut. Jetzt dann. Hm. Oh. Ich bin sehr entschuldig, Herr Präsident. Da bin ich jetzt, ja. Hier bin ich jetzt. Ich glaube, wir sind so bei der... Anfang von der zweiten Hälfte oder so. Wenn überhaupt. Hallo wieder. Keine Ahnung, woher zu bleiben? Und was ist es für dich? Jetzt dann. Wollt ihr eine Stunde? Nein. Verwechsele ich das gerade? Wer hat doch Yuffie beobachtet oder so? Ich bin selbst ein Haarebill. Sicher, du wirst. Wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht ein bisschen schmerziger Bunch? Du da, der Dangle-Mann. Würdest du noch einmal nachschauen? Hm? Hm? Oh. Eine zeitliche Kanzelation. So ein armer Mensch jetzt ohne Hotelzimmer. Shall I book them for you? Hihi. It feels so good to do good. Alright, lads. Enjoy your stay. Ich weiß es nämlich selber nicht mehr. Ist der so wie Red verflucht? Bitte, proceed to the elevator at the top of the stairs. Ein... Aus dem Essenzglas? Essenzglas? Sagt man nicht? Essenzglas? 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 Nicht Essenzglas. Auf Englisch ist es... Essenzglas. Also ein Freund hat mir diese Geschichte. In einer Nacht. Genau um in der Mitte. Ist der... Versuchskaninchen... Tube? Da du bist! Der Offer steht immer noch. Ein Glück oder zwei, um dich zurück zu steuern. Nehmanns. Du kannst irgendwelche Fragen answerieren. Aber natürlich! Sei das, sei das, sei das. Geh' auf und frag' den Katzen. Okay. Wir suchen Sephiroth. Du denkst, du kannst ihn finden? Oh. Sephiroth. Du sagst. Alright. Hold on to your underpants. Meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Things are looking up, so throw caution to the wind. Put your trust in others, and the last minute twists may pleasantly surprise you. What's this gotta do with Sephiroth? What indeed? Give me another chance. I'll get it this time. Come on! Watch your belongings. Lucky color. Black? We're done. Wait! Don't go! Third time's a charm! Come on, you stupid thing! Anything the matter? Hmm. Seek, and you are sure to find. But alas, you shall forever lose what you cherish most. Tifa. The stars work in mysterious ways. Yeah. You're good. You're good. Yeah. It's just... What I cherish most. Uh... See what this crap does. My apologies, sir. Cloud Schwert. Nein, Tifa. Hello, M.R.T. You wish to go down, I presume? Fourth floor. Willkommen im Aufzug der Hölle. Very well. Fourth floor it is. You're good. I'm excited. I'm excited for Japanese. Oh my goodness. Then he'll say it all the time. No, 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 no. Hmm. Hm. Macht er das jetzt noch mal? Ich erschrecke diesmal nicht. Ah, verdammt. Sag nicht, von denen wurde gelöscht. Der Dude mit den weißen Haaren war gerade schon da. Sephiroth. Tatsächlich. Wo kommt der her? Ist da oben irgendwo so'n... Ich liebe es aber, wie es Leute jetzt erst durchspielen, das Spiel. Ich meine, ich habe jetzt eine Woche nicht gespielt. Wie lang brauche ich? Ah, Tomberry. Wie geil. Ich glaube, Tomberry ist auf jeden Fall top... ...top drei Gegner. ...wie He-Meth. Und... Äh... ...Malboro. Die drei. Ich glaube, Tomberry ist sogar Platz eins. ... Tomberry. Stabby, 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 stabby. Was? Gibt das alles hier dazu? Das sich bewegt und so? Oh mein Gott. Wer sollte denn in... Oh Gott. Wer sollte denn in so einem Raum bleiben wollen? Alles bewegt sich. Hier sind drei Betten. Ist es egal in welches Bett ich mich lege? Es ist so creepy. War hier nicht gerade eins. Ich wusste es. Ich wusste, dass es nicht das Bett ist zum Schlafen. Widerlich. Jetzt ist die Tür wieder zu. Was ist das? Teleportieren. Gehe ich noch raus? Nein. Können wir den Tomberry ausstellen? Okay. Kannst du runter springen? Nein. Ich bin mehr schlafen, als ich dachte. Es ist wenigstens mal logisch. Charaktere, die sich ausruhen im Spiel. Mario. 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 Mario geht nie schlafen in sein Spiel. Zack. Sorry, Mann. Ich fühle mich, dass ich dich nicht verhielte. Weg da hinten. Weg da hinten. Seraph? Mit wem redet er? Hä? Es macht alles keinen Sinn. Mit wem redet er? Warum redet er? Hä? Was? Wenn ich steuere, Zack, aber auch... Was ist das? Und was, Ra'il? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los hier? Dann redet er zu Aerith. Weil das ist doch Aerith zu Hause. Da liegt Cloud! Da war Cloud! Ach ja, stimmt. Nee, er hat doch nur Aerith gerettet. Warum bin ich da? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Doch, ich hab beide gerettet. Hä? Hatte ich nicht nur Aerith gerettet? Doch, ich hatte beide gerettet. Dann hab ich beide zurückgetragen zu Aerith Mutter. Er kriegt einfach nur ein... Was ist, wenn das alles nur ein Traum von Cloud ist, was wir spielen? Das wird's sein. Ich hab's gelöst. Sakura. Crackers? Das sagt man nicht. Was ist denn Noctis mit Cloud Schwert? Was? Man sagt guten Appetit. Der Typ ähnelt null Noctis. Noctis sieht komplett anders aus. Der sieht out wie Zack, ein Hauptcharakter aus Final Fantasy 7, was Jahrzehnte vor Final Fantasy 15 rausgekommen ist. Bix? Wann lebt Bix noch? Wann machen? Bix legt doch gar nicht mehr. Boah, ich check gar nichts. Da ist er. Bix. Hä? Ist Bix nicht gestorben? War Bix der Einzige, der überlebt hat? Ich würde lieber ihn erklären lassen. So lange als Marlene ist hier, wird er wieder zurückkommen. Er wird nicht. Bix kommt nicht zurück. Tifa kommt nicht zurück. Vater kommt nicht zurück. Tifa kommt nicht zurück. Das hier gefällt mir Zack am wenigsten. Dann haben sie irgendwie komisch gemacht. Er ist ganz anders, eigentlich. Es ist nicht Zack. Es kann nicht Zack sein. Zack ist tot. Warum hört er das? Nichts macht Sinn. Es war aber nicht sehr lang, der Schlaf. Mensch. Hi. Großnattig. Ich bin gut. Du warst richtig. Du brauchst nur ein bisschen Sleep. Du bist allein? Ja. Red ist auf sein eigenes Ding. Und Eric und Yuffie haben einen Spinn auf dem Skyspiel. Sie lassen nur Kouppen auf heute Abend. Je nachdem, mit wem man am besten befreundet ist, die Person steht vor der Tür. Yes. Highscore. Und die große Herausforderung ist anscheinend mit Barrett alles zu machen. Und dann fährt man mit Barrett ein Riesenrad. Aber wir haben jetzt ein Date mit Tifa. Tifa, Tifa, Tifa. Schauen wir mal, was wir alles spielen können. Kann man in irgendeinem Spiel den mit den weißen Haaren auch mal spielen? Ja, hier. Wir haben am Anfang Sephiroth gespielt. Lad dir die Dino runter. So geil wie Barrett eigentlich auf niemanden zeigen kann, ohne direkt eine Waffe auf ihn zu richten. In Smash kann man Sephiroth auch spielen, genau. See you again soon. Ah. Krass, ich kann jetzt mit Shelly nicht reden, weil ich auf einem Date bin. Dato. Tifa, komm. Komm, wir gehen Schoko bereiten. Well, hello. Whatever it is you're off to today, allow me to be your guide. Your Moogol guide. Where would you like to go, Kubo? Oh, 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 oh. Ähm. Grüne Oase. Das klingt sexy. Abenteuerwelt. Ich glaube, wir fangen einfach von oben nach unten an. Aber dann müsste ich zur Grüne Oase. Aber da ist nix. Wir machen Abenteuerwelt und dann Chocobo-Rennen. Wir fangen mal. Park Central Speed Square. Speed Square ist doch Chocobo's bestimmt. Speed Square. Ich weiß auch, das Chocobo-Rennen war eines der schwersten Sachen, glaube ich, die man machen konnte. Weil damals war die Steuerung halt schrecklich. Hat man... Hat man die Chocobos gesteuert? Oder hat man nur auf sie gewettet? Ich glaube, man hat auf die... Man hat die gesteuert. Das ist aber nicht Chocobo. Warum sehen die nur Kinder? Willkommen, Kass. Willkommen zu Space Ranger HQ. Ich kann nicht zurück. Ich kann erst zurück, wenn ich einiges gemacht habe. Ich bin gerade in der Story gefangen. Was kann man hier machen? Nix. Karte, Cosmo-Ritter ist eine Karte sogar. Galactic Saviors. Warte, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Random, okay, äh, Ausweich, ausweichen, R2, Schießen, Bombe, Heilung, 335.000, Cosmo-Ritter Auszeichnung, okay, spielen wir das jetzt zusammen, ich muss auch Date-Punkte sammeln. Du kannst Alexander googeln, das ist nichts besonderes, ne Festung, sieht ziemlich kacke aus. Alexander ist so ungefähr der hässlichste von allem. Es gibt noch etliche Bestie, Alexander ist die langweiligste, wie schießt man? So. Warte bis wir Bahamut finden, oder, es gibt irgendeine neue Kreatur auch, okay, das läuft sehr schlecht. Jetzt gibt es so ein neues Viech auch, keine Ahnung aber wie das heißt. Die Bomben habe ich. Ah, die laden sich auf, ey, dann bombe ich. Das ist auf jeden Fall jetzt wie Star Fox, Lylat Wars, kann man die Dinger kaputt machen? Nein. Sind viel zu nah dran. Siva und Ifrit sind von Anfang an im Spiel gewesen, ja. Oh, shit. Hallo, Pontinus. Äh, 8100, ich brauche 35.000? Oh mein Gott. Okay, die Bomben liegen wir nicht. Kommt Drache. Star Fox ist besser. Shiva war das Heilding. Es gibt kein Heilding. Phoenix ist Heilding. Shiva ist Eis... Eisfrau. Ich drücke für Ausweichen Kreis, ich trottel. Aber Kreis ist für mich schon immer Ausweichen gewesen. Wo ist das Schwänzle? Ich komme nicht zum Schwänzle. Was soll ich denn zum Schwänzle, ey? Da zeigt mir nicht das Schwänzle. Okay. Ich kriege wahrscheinlich nix, ey, so schlecht wie das läuft. No. No other enemy contact detected. Prepare for the next wave! Aber ein paar Espers kenne ich. Ich meine die meisten, nicht die meisten. Ein paar sind halt in jedem drin. Aber jedes hat auch so Besondere, die sonst nirgendwo vorkommen. Helfen die mir? Dieses Mini-Spiel mag ich nicht. Wir sind im Weltraum, wir können nicht fallen. Versprichwort. Ich habe keine Heilung mehr. Oh ey. 17.000, kriege ich wenigstens den Bronze-Preis. Ich glaube, wie macht man denn hier den Besten, ey? Ach, 29, okay. Ey, dann ist von 35 gar nicht so weit weg. Man kriegt einen krassen Bonus am Ende. Okay. Ach, dann ist machbar. Mein Mann liebt ja 12. 12? Entschuldigung, dass ich so reagiere, aber 12 ist allgemein von allen am meisten gehasst. 12? Ich glaube, selbst 13 ist nicht so gehasst wie 12. Ist er sicher? Ist er sicher, dass er nicht 10 meint? 10 hat eine sehr geile Esper. Animus oder Anima. Schokobus Square. Wie komme ich da hin? Okay, das ist rechts neben uns. Ich liebe 12. Hä? 12 ist positiv angekommen? Niemals. Speed Square, aber da war ich doch gerade. 12? Also die... Es ist das erste, wo man quasi so frei kämpfen kann. Das war ganz cool. Aber die Story, so schlecht. Das System mit den Esperen, so schlecht. Dieses Most Wanted Ding, also wo man quasi dann rausgeht, um so Wanted-Poster zu schaffen. Das ist cool. Skywheel, soll ich das jetzt schon machen? Ich glaube, das ist das Finale, oder? Skywheel. Skywheel, Wonder, Wonderman Square. 13 mochte ich sehr. Ich mag die 13er Trilogie auch. Ich mag den zweiten nicht so. Weil ich sie nicht mag, die kleine. Lightning ist viel cooler. Aber 13.1 war großartig, fand ich. Diese riesige Steppe, wo man dann die krassen Bastel, äh, die... Das Bestiarium vervollständigt und... Das war cool. Aber 12? Ich meine wirklich, wer könnte das Sonnen? Du, Obama? Ja. Also, fühle mich, uns zu uns, wenn du willst. Und du bist eine dritte Runde? Nein, danke. Ich weiß, was ich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Taurat. 15 ist eins der besten, finde ich. Verstehe ich nicht, wie Leute es nicht mögen können. Ich meine, man muss halt akzeptieren, dass inzwischen Final Fantasy nicht mehr ein rundenbasiertes Pixel-Spiel ist. Sondern halt Hack and Slay. Wenn man das nicht mag, dann gut. Dann ist ab 15 nichts mehr für Final Fantasy. Dann mag man das hier auch nicht. Aber 15, finde ich, hat eine geile Story. Außer, dass man halt den Kinofilm anschauen musste dafür. Ich verstehe das nicht. Aber 12 verstehe ich, wenn man es nicht mag. Okay, jetzt schauen wir mal an. Oh Gott. Uff. Den Film habe ich dreimal geschaut. Ich einmal, aber er ist auch sackengut. Ja, an manchen Stellen checkst du echt nicht, dass es CGI ist. DLCs hätten Teil vom Spiel sein sollen. Ja. Ich mag aber das Prinzip, dass du das danach spielst. So von wegen, und das passierte dabei. Ah, das passierte dabei. Cool. Ich glaube, ich hätte es nicht gemocht, wenn du während dem Spiel auf einmal dann für drei Stunden Ignis steuern musst. Dann wäre ich so, oh Gott, ich will auch nur zurück zum Spiel. Ich glaube, das hat es im DLC ganz cool gemacht. Was ist nach vorne? Das ist eigentlich viel zu einfach, die zu killen. Driftattacke. Ah, okay. Was bringt einem Boost? Geht es auf Zeit? Oh mein Gott, krass. Ich ziehe voll rüber. Ich komme nicht rüber. Was? Okay, ich glaube, ich bin einfach zu schnell. Kannst du nicht lenken besser? Nice, nice. Das war gut, als er will. Aber ich muss ein Bremsen. Double kill. Am Ende kommt hoffentlich der Blonde. Bringt mir Boost was? Check ich nicht so ganz. So, gut, 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 gut. Also geht es auf Zeit? Es geht wahrscheinlich auf Zeit und Punkte. Okay, Boost man. Ich komme hier nicht ran. Ich komme hier nicht ran. Ich komme hier nicht ran. Okay, ich komme hier nicht ran. Ich komme hier nicht ran. Ich bin glaube, ich bin nicht an dieser Stelle. Ich habe keinen Need. Aber die irgendeine, also die beste Geschichte war die vom Bösen. Das letzte DLC. Das war sehr cool, wie man sich so durch die Stadt schwingt und sowas. Aber ich glaube, ich glaube einfach, es hätte mich aufgeregt, wenn es hätte mich aufgeregt, wenn es gleich im Hauptspiel drin gewesen wäre. Da ich so einfach ungeduldig gewesen. Ich fand gut, dass es im Nachhinein spielbar war. Es hätte natürlich umsonst sein können, aber... Ich gebe den Boost. Du kennst nicht den Ardendale-C? Do it. Was war's? 30.000 von 25.000? Ah, nee, was? 29.000. Fuck. Ah, so knapp. Ich glaube, A reicht, oder? Ich glaube, überall reicht A. Hallo, Nemesis. Du hast mit dem Remake angefangen. Nice. Ich hoffe, du hast Spaß. Aber... Ähm... Hast du jetzt Bock, die anderen Final Fantasy auch zu probieren? Ich kann sagen, wenn dir der Style von 7 gefällt, vom Remake, dann spiel natürlich das hier als nächstes. Aber vor allem, dann wird dir wahrscheinlich 15 am ehesten gefallen, weil 15 spielt sich ähnlich. Alle anderen Teile sind halt sehr rundenbasiert, langsam. Und hier ist es halt mehr so Hack and Slay. Und 16 natürlich. 15, 16 und 7. Also die letzten drei Spiele gefallen dir dann auf jeden Fall auch. Und wenn du mal die älteren Final Fantasy's ausprobieren willst, 10 ist allgemein so das, was den meisten gefällt. Ist auch großartig, 10. Und... Ja, 7, 8, 9. Ich weiß nicht, ob du hier nach 7 spielen willst. Ist das hier? Naja. Immer noch nichts für den Chokobus gefunden. Jetzt war ich gerade Wondermans Square. Okay, ich will doch nur irgendwie zu den Chokobus. Ach, ich stehe auf der anderen Seite. Wie bin ich denn dann beim Speed Square rübergekommen, wenn ich auf der anderen Seite stehe? Naja, okay, wir gehen auf die andere Seite und rechts rüber. Also, Battlesquare Chokobo, ach da, unten. Man könnte es übersehen. Gilgamesh soll wohl nicht so gut angekommen sein bei Gladio. Was war Gilgamesh? Also, ich weiß, wer Gilgamesh ist, aber war der bei Gladio? Ich dachte, bei Gladio ist man einfach da durchgerannt und hat dann seinen, seinen, seinen Sensei besiegen müssen. war da Gilgamesh? Hier gibt's Gilgamesh. Ich bin gespannt. Echt, Gilgamesh war im Gladio DLC? Vielleicht vergessen. Ach stimmt, der Sensei-Kampf war ein Bonus-Kampf und Gilgamesh war der tatsächliche Endgegner vom DLC. Äh, der Bonus-Kampf war das härteste, weil den musstest du auch schwer auf S schaffen oder sowas. Aber die ganzen Chokobo-Ballons, da war ein Ballon, der in die Wand schaut. Okay, Chokobo-Rennen hier. Keine gute Version von Gilgamesh. So schlecht, dass ich mich nicht wirklich dran erinnere. Erkunde auch die anderen Areale. Wie, ich darf nicht? Only Members, wahrscheinlich brauche ich eine Member-Karte. Wo habe ich jetzt? Wo steht es? 500. Oh, und dann kau ich mir ein paar Sachen. Ja, ich kann wenigstens hierhin schnell reichen. Battlesquare. Oder da vergehe ich hier raus. Die Battlesquare war über mir drüben. alle schwärm immer so von Final Fantasy 6. Das steht auf meiner Liste. Aber ich glaube halt, mich wird es so abschrecken, weil es so krass halt rundenbasiert und langsam wahrscheinlich ist. es gibt zwar das HD-Remake, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so eine doppelte Geschwindigkeit eingeführt hat oder sowas wie 7. aber ich werde da verrückt, wie langsam das dann geht. Aber 6 soll so eine geile Story haben. So, was ist hier? Ach, Kämpfe. In der Muskelmanege. Ach, das ist das. Gibt es hier irgendwas, was ich kurzes machen kann? Stufe 28. Was bin ich? Ich glaube, das ist 29. Geschwindigkeitsjunkies. Äh, irgendwelche Bedingungen. Kämpfe in einem Zweierteam gegen Ungeheuer, die zu den schnellsten ihrer Art gehören. Ah. 50 Goldpunkte. Das ist ja nix. Anscheinend kann man das hier, da gibt es Kämpfe bis runter und sowas. Das ist eine der schwersten Sachen, glaube ich. Anfänger? Was ändert das? Achso. Cloud, tiefer. Let's go. So, das ist das erste Mal, dass wir jetzt kämpfen heute. Wie geht das nochmal? Gott, wie sieht erst mal automatisch stehen da an? Habe ich dich schon? Oh, ich habe dich schon. Okay, habe ich die klein schon? Ja, okay, ich habe alle schon. Gott, okay, ich hasse die jetzt schon. Oh mein Gott, wie ich sie hasse, die greifen. Oh mein Gott. Okay, können wir nochmal? Können wir, können wir... Oh mein Gott, sind die nervig. Oh mein Gott, wie machen das die Leute hier? Ich bin im Sprung, hat er mich gekillt. Das rendert an Kingdom Hearts Kolosseum. Ja, es ist halt so ein typisches Kolosseum hier. Oh mein Gott, die sind echt... Das sind so die nervigsten Gegner und es sind auch noch acht einfach. Okay, dann... Mein ATB-Balken lädt sich halt nicht auf, wenn ich nicht hingehe. Vorsicht. Pass auf, ich passe auf, ich bin so weit weg. Gib mir einen Balken, okay. Äh, was waren die nochmal? Feuer, ne? Ne, Eis. Habe ich nicht. Äh, die anderen waren Aero. Aero gegenüber Schallgreif. War nicht einer von denen schon? Okay, einer ist weg. Möchtest du jetzt ernsthaft so machen? Hat tiefer Eis dabei? Oh Gott, jetzt erwischen sie mich schon. Hä, war ich nicht geheilt oder sowas? Ah, wie kriegen die mich? Ich will nicht die Flieger. Oh mein Gott. Ich dachte, sie sind hier anstrengend. Oh mein Gott, ich heisse sie so. Warum soll das so kacke? Vor allem, dass sie, dass sie alles blocken, was ich mache und so. Oh mein Gott. Hast du Eis? Nein. Okay, ich muss die umskillen dafür. Gar kein Bock. Der Kampf ist schrecklich. Aber wir sind das so leichte, schwache Gegner. Was sind so viele und sie sind nur am angreifen. Ich kann nix machen. Auch tiefer. Vergiss es, den Kampf. Ne. Das ist so ein dummer Trollkampf einfach. Scheiße Attraktion. Sie kriegen eine schlechte Bewertung von mir auf Google. Auf Wiedersehen. Komm und get your Spectator-Pickets für das Musclehead-Coliseum. Schau, das Beste der Beste. Willkommen in das Coliseum. Ne, ich will... Irgendjemand muss doch hier so Sachen verkaufen, ne? Da drüben. Ah. Wo kriege ich die Chocobo-Member-Karte? Die Chocobo-Member-Karten für fabulische Preiseum. Mithril-Erz. Oha. Deo. Ich will die Kampfkünste kaufen, das Wichtigste. Ist das nicht ein tolles Date, Tifa? Ah, Red. Du siehst, siehst du... Ja. Du bist nur chillig? Ich schaue. Einige Kinder haben mich für eine Mascotte genommen. Ich will das aber noch. Event Square. Und Skywheel. Event Square. Wanda... Wo ist Event Square? Skywheel? Wahrscheinlich unter mir. Was ist hier? So, Tanzen oder so? Cloud. Erichs du? Oh. Ein Zift? Das war's. Das war's. Warum ist die hier? Was hat die hier gemacht? Irgendwie, es gab doch die ganze Zeit so Sachen, die man sagen konnte, dass die Freundschaft besser wird. Irgendwie ist es in den letzten Kapiteln so wenig geworden. Oder weg. Es ist gerade vorbei. Gute Nacht, Sakkuda. Die Reise vielleicht? Nicht wieder? Für den Tag, glaube ich. Sie war immer eine Star, aber nur hervorragend. Ja. Ich wünsche, ich hätte es gesehen. Haben die jetzt eine Member-Card fallen gelassen für die Chocobos? Guten Abend, Freunde von der Goldsaucer. Gute News! Skywil Square ist jetzt alle interessierten Park-Gäste. Seid uns auf eine Reise durch die Wolken, wo Sie die Glühle von unserem fantastischen Park nehmen können. Und später sagen sie wahrscheinlich, jetzt kann man, jetzt können alle Chocobo-Rennen machen. Okay, dann gehen wir jetzt das Finale vom Date anschauen. Was bringen einem die Plüsch-Tieren? Vielleicht gibt es hier ein Hotelzimmer, wo man die aufstellen kann. Hey Phoenix! Bist du bereit für ein Date mit Tifa? Das ist die hier. So oben war Skywil. Wo ist Skywil? Hier. Warte, jetzt geht's zur Sache. Das Wichtigste im ganzen Spiel. Die andere ist niedlicher. Meinst du das Kind oder die alte Frau? Nein. Oder ist Aerith nicht? Sie ist auf jeden Fall eine alte, vom alten, vom alten Volk. Wenn man mit Barret aufs Date geht, läuft dann hier tiefer rum. Warte. Es kann nicht sein. Hä, wo ist das? Warte mal, hä, wo ist das? Hä? Kennen wir den schon? Ach so, das ist halt der unterm Mantel, den kennen wir noch nicht wirklich. Pärchen. Ja. Also ich überlegte, es war damals einfach so ein paar Pixel und dann hat man da oben auf dem Rad gesessen und musste 50 Textboxen durchlesen. Und jetzt in Farbe, in Bunt. In Rund. In Bunt und Rund. Cloud. Halt ihn ab! Jawoll! Was geht los? Der wahre Kampf. Nichts Falsches sagen jetzt. Oh nö, sag nicht, das wird jetzt unterbrochen. Im Original waren wir da drin und hatten ein Date und eine tolle Unterhaltung. Nehmen die mir jetzt jetzt weg. Ich hab mich so gefreut. Ich hab mich so gefreut auf Daytime. Hey, Senate. I'm sad. I'm sad. Wehe. Wir können das nicht wiederholen. Die Gruppe ist schon da. Ich hab Eris vorhin nicht gefunden. Ich bin sorry, Sir. Aber nur authorisiertes Personal sind hier verpflichtet. Multipass. Ring, ring. Nein. Ring, ring. Entschuldigung. Bitte, Sie haben Sie. Wim, Sie. Kopie das, Sir. Entschuldigung für die Verlust. Bitte. Ich hab mich da rein. Nein. Ich dachte, der Golden Sourcer macht Spaß. Moment, das sollen die alle schon wieder so ernst hier. Genau, unters, unters Band durchgehen. Oh nein. Barretto. Shit. Barretto, aka Shit. Es ist wie ich dir gesagt habe, jemand ging in eine Rampage und jetzt... Ich nehme es von hier. Dio. Ich bin Dio. Als Parkdirektor, es ist mein Glück, dich zu diesem, unserem Gilded-Paradise. Ha. Wir treffen uns wieder, junger Mann. Wenn du willst, noch eine Rampage gehen, bin ich immer Spiel. Geräusche? Hm. Ein Direktor des Hauptoffices hatte vorhin ein Kolosseum-Match vorhin, als ihre Sicherheitsdetail wurde verabschiedet. Beide Gäste und die Staffe wurden in der Kross-Fahrer. Hallo, Thomas. Hallo, Verox. Das ist schrecklich. Ich meine, aber dann kann man ja gar nicht mit Barret auf das Date gehen, weil Barret das hier machen muss. Das heißt, das ist noch eigentlich das Date gewesen. Und das ist wenn es mich Ich wusste diesen Mann. Er war einer von vielen Fugitives die wir verabschieden haben, zu sein, Bezug auf. Er war nicht so groß und muskulär wie ich, aber brach und brazen. Mit einem immer-present schweil das schweil hinter seinen Schäden und eine Schäden für einen Arm. Warte mal, das klingt wie jemand, die du vielleicht wissen? Jetzt warte mal. Barrett vielleicht hat ein Wettbewerb, aber... er wird niemals das tun. Doch ich würde nichts mehr als zu glauben. Das sagt eine sehr andere Geschichte. Nein, wir... Listen, das könnte nicht sein Barrett sein. Und was macht dich das sagen? Die Kameras. Das ist nicht seine Art, um zu vermeiden die Lime-Light. Wenn er wirklich zu tun hat, hätte er eine gute Grunde genommen haben. Eine, die er will der Welt wissen. Er hat sich nicht sicher, dass du das Bild hast. Vertraue mir. Na gut, du hast keine Loyalität. Das ist eine Qualität nahe zu meinem Herz. Aber das ist eine wirkliche Sache. Das ist eine wirkliche Sache. Das ist eine wirkliche Sache. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Ich sage dir, was. Ich finde mich der wahrsten Verbewerb, und ich werde dein Freund innochen. You have 24 hours, after which you will all be deemed complicit, clapped in chains and delivered to Shinraak. Bye, Anna. We are paused. Ja, Verox, also dass der die verschiedenen nicht anerkennt, okay, das ist Quatsch, aber ich meine, dass man das Pokéball Magiana quasi nicht kriegen kann, stimmt schon. Weil, woher willst du so ein Pokémon wie Zeraora herkriegen? Aber ja, man kann trotzdem alle kriegen, indem halt Leute so gütig sind und sie einem schenken oder tauschen. Und ohne Glitches kriegt man sowas wie Victini und 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 Shaman, wobei Shami kriegt man? Keine Ahnung. Victini und Keldeo kriegt man ja auch nicht. Doch, Keldeo kriegt man. Machado, ja ja, klar Machado, aber das hat nichts mit Glitch zu tun. Und dafür könnte man genau genommen Pokémon Go spielen. Und dann ist es, wo es sicherlich ist, wo es sicherlich ist. Die Gebäude ist vacant. All sorts of low-lives, ruffians und ner-do-wells swooped in, um zu stecken ihren Klaam. Ah, das Ort, wie es hätte sein können, mich in der Mitte. Also, in der Grunde, ein weiterer Wallmarkt. Aha, ein Paradies compared zu diesem Sess-Pool. Set ein Fuß in der Mitte und seine Freude und seine Freude, so lange die Dignität. Ich meine... Warum glaubst du, dass sie es angefangen haben? Korrell Prison? Außer, diese Präsenz hat keine Bars, keine Regeln. Muggler, Maemin, Mörder, es ist alles auf der Tafel. In Summary, preparen sich für eine wirklich kaltes Rezeption. Man kann es schon mit... ohne... also nur mit Switch machen, wenn man Pokémon GO halt akzeptiert. Weil da gibt es alles, inzwischen. Ich hab's gesehen, Phoenix. Aber... Fuck is this. Go wird nicht mehr angefasst. Das war 15, 18 Euro für Marshadow. Unfassbar. Hm? Nobody home? Oh, they're home, alright. Stay sharp. Angespannte Atmosphäre. Angespannte Atmosphäre. Shit. Was? Hallo? Willkommen zu Korrell Prison, b****. Hahaha. Irgendwann... Was? Willkommen zu Korrell Prison, b****. Rise and shine Wouldn't try that if I was you You just wait right there Hey boss your guests are here Ah Allow me to welcome you to my desert oasis cloud cloud, right? Merc for hire got it in one boss, man, but which one of you is it is it you you maybe you or is it the pooch? I'm just messing with you that there is our man. I I don't think we've met. Of course we haven't met. You got brain damage? I'm not the type of player folks tend to forget. Just look at it. Now you may not know me, but I know you. And why do you think that is, Mr. Mercenary? Ha! I'll tell you why. Cause it's my business to know. And what kind of business would you have to be if I didn't have the scoop on the man who brought down Donny C. Let me just say bravo. Well done. You're looking for someone. Hey, there are their ho there. No need to explain. Intel's my bread and butter. Really gonna tell you twice? Uptown secrets always trickle down. Which is why I'm ever so certain that you'll be useful. What do you want? So the son of a bitch with a gun for an arm? I got him under loss and pain. Out in the middle of the drills. Now I'm a generous guy, so I'd be happy to tell you where to find him. But only if I get a little something from you first, understand? That little something being a shitload of money. I want stacks of it, heaves of it, mountains of it! I mean, did you hear what he did? Your buddy shot Shinra troopers in broad freakin' daylight! So I ain't about to give him up for free. You think my prison runs on good deeds? No sir, it runs on Gil! So much goddamn Gil! So yeah, Gil, that's what I want. And relax! I know you don't have it on you, but I got an idea on how you can scrape some together. I'm entering you and one lucky Chocobo in the races, and you are gonna win! On that note! Until you- Can you- Bring home the bacon! Hello, Prani! Hey, chill out, kiddo. We'll take excellent care of them. Unless you've failed to deliver. In which case? Well, let's just say... There are plenty of other ways to raise the funds that I'm required. Hmm... Can put a price on anything! Prick! Ah-ah! That's Gus to you! Got that, Chocke-boy? As for all those pesky race details... Talk to Garth here! I gotcha, boss man! Don't let me down, huh? I gotcha, boss man! Don't let me down, huh? I gotcha, boss man! Oh, uh... Yeah... Yeah... Later! Alright, Mr. Merc! Alright, Mr. Merc! Let's go meet your bird! Better stick close, you hear? I gotcha, boss man! Haha, shit! Well... This is a fine state of affairs. You will get us out of here! What? I just hope Barret's safe out there. Be careful, okay? Hey, creepers! What are you planning on doing with us? 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 That's right! You just follow me! Or run for it! Go on! Yeah! Willst zuschauen, oder willst du hier auch nicht spoilern? So ein Dilemma? Ganz einfach. Einfach Fenster minimieren. Stream stumm schalten. Problem gelöst. Win-win! Dann rolle ich halt durch den Chat. Das ist meinetwegen okay. So lange keiner über Pokémon redet. So, du bist Cloud the Merc. Can't say I was expecting someone so... ...pring... 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 Hi Mister. Chocobo Wrangler. Pleasure. Wait, Cloud? Aren't you that kid from the ranch? Oh, hang on. You two know each other? What happened? Hm. We were making our way to the saucer for Pico's racing debut. When these ones nabbed us. Hold up! How about you tell them the real story? How you were dying out there in the dunes? How we saved your scrawny ass? Ungrateful little piece of shit. So... You want me to race Pico? The one and only! In that state? Our trek through the desert did a real number on him. Can barely lift the claw. If he doesn't eat and regain his strength, I don't fancy his chances. Good thing his jockey's on the job. We are just in a quest for a quest for a quest for a quest. Fine. I'm coming too. Okay then. Grab that bird some grab and bring it to me. I'll be waiting. I'll be waiting. You can eat veggies. No one will notice me sneak a piece of ice cream. Oh. Yo... Sieht gesund hier aus. Eh... Dragstogma 1 hab ich gespielt. Vor Ewigkeiten auf der PS3 Platin gemacht. Riesiges Spiel. extremes RPG, also wenn was ein RPG ist, dann das. Aber keine Zeit für so. Ich habe nicht mal Zeit, dieses kleine kurze Spiel hier durchzuspielen. Ich brauche mir einen Monat dafür, was ich früher einfach in der Woche gemacht hätte. Nee, aber es sieht sehr geil aus. Es sieht krass aus, was man alles machen kann. Möchte ich das machen? Das war ein Punkt. Schädlingsbefall. Ach, Ungeheuerkraut. Das könnte quasi zählen. Okay, okay, okay. Eine Inquestion? Eine Inquestion? Was? Ach nee, schon wieder diese kleine Ratten hier. Das war was anderes, oder? Nee, das sind die... Uff. Nice, perfekt gesprungen. Was? Das war's. Cool! Hochwertiges Ingeheuer-Kraut. Muss ich noch mehr holen? Super Äther. Silkes-Kraut. Schließe Silkes-Cup-Runde 2 ab. Ja, hier. Aber Silkes-Silkes-Kraut ist ein Schlüssel-Item. Das heißt, vielleicht ist das das, was ich brauche. Wann sollte es sonst ein Schlüssel-Item sein? Überraschungstüte. Okay, muss ich alle drei machen. Naturgewalten. Kämpfe 1. Let's go. Musik ist gut. Oh, nicht der Käfer. Das ist kein Käfer. Das sieht irgendwie aus wie ein Käfer. Das ist nochmal auch Eis. Ich hab kein Eis. Ich würde es nochmal für diese Attacken von hinten erweisen sich immer als nutzlos. Okay. Warte mal. Während Drangsalieren. Okay. Nochmal Drangsalieren. Muss ich vielleicht... Okay. Das ist ja gestiegen. Warte, ich hab noch eine Eis-Attacke. Ich trottel. Äh, eisige Verkette. Okay, so gut war das auch nicht. Ich hab noch nicht. Kaka. Ja, noch mehr so. 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 Baknadrana. Sieht aus wie so ein Skarabios mit Drachenkopf. Okay, jetzt noch eins und das sollte, glaube ich, das Item sein, um die erste Quest in der Quest in der Quest abzuschließen. Dann können wir das Rennen machen. Wenn wir das Rennen gewinnen, haben wir wahrscheinlich unsere Freunde befreit und dann können wir Barret finden. Oh Gott, das ist schnell das Weg. Jetzt habe ich noch nicht. Komm, gib mir Feuer. Okay, wenn seine TP singen, bricht es zusammen und stellt sich tot, block oder weiche dem Konter aus, den es dann einsetzt. Okay, bei Totstellen. Feuer. Feuer. Ich habe kein Feuer. Hä? Ich habe das Neue ausgerüstet. Wer kreischt da so? Ist das der Hund, der so kreischt? Das kann doch sein. Meins ist ein Test, Test Null. Boah. Er redet. Ich stelle sich wieder tot. Ich stelle sich wieder tot. Silkes Kraut braucht man doch für die Chocobo-Zucht im Original. Das wird schon das richtige Item sein. Wie kriegt Feuer kann man, glaube ich, nicht ausweichen. Ich kann die auch einsammeln, diese grünen Dinger da. Hallo? Ich bin das Blaue. Hey, wie kann der angreifen während ich ihn angreife? Kann ich jetzt nicht verlieren? Ich habe ihn doch quasi. Hey, Feuer kann man nicht blocken. Okay, Feuer könnte ich wenigstens versuchen zu blocken. Oh, oh. Ich glaube, ich kann mich nicht heilen während dem Kampf. Dieses Totstellen checken. Ich glaube, das war gerade Totstellen. Ich glaube, da kommt keine große Anzeige. Das ist einfach, wenn er auf dem Boden sich schlägt, die Attacke danach muss man blocken. Wenn er auf dem Boden sind, dann muss er auf dem Boden zurücklegen. Sie sind tot. Du bist tot. Ich bin, dass die Anzeige ... Also in der Angst haben, also in diesem Boden wird die Anzeige nicht auf dem Boden vermittelt. Was war das da? Ha! Genau, das war totgestellt und wird schockanfällig. Geil! So ein cooles kleines Detail einfach. Machen wir mal Mut. Wie hält er sich da die ganze Zeit? Der hat Regen gekriegt dadurch. Ich muss das einsammeln. Achtung, Achtung. Ah, scheiße, spür. Trotzdem schockanfällig. Dass das wie Red redet ist echt creepy. Und fern schon wieder. Jetzt kriegt er schon wieder Regen. Jetzt kriegt er das Grüne. Oh Gott, jetzt hat er Brotes. Ich muss die einsammeln. Jetzt habe ich Angriff. Da, 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 da. Mach was. Hä? Ich hätte ihn eingreifen sollen, damit er eingreift. Jetzt hat er sich gerade totgestellt. Ey, was? Er hat sich gedreht. Mit mir. Ich habe gleich ein Limit. Gib mir das Blaue. Oh, Mann. Oh, ich hatte den Limit gerade. Verfickte Fickscheiße. Ah, der ist nicht schwer. Was ist denn da los? Aber der trifft einen so oft. Der hat so versteckte Attacken, wo man gar nicht checkt, dass er einen gerade angreift. Auf einmal 200 weniger. Mehr Blocken. Und ich muss ihn analysieren. Da hat man es analysiert. Was ist denn der Kampf? Oh, ist echt treffel. Oh mein Gott, kann ich nochmal anfangen? Wahrscheinlich kann ich sogar Items einsetzen. Ne, kann ich nicht. Wie er einen kriegt, ey. Ich bin schon tot. Ohohohohoho. Ohohohoho. Ohohohoho. Kill mich, kill mich. Also zuerst sind es so Stellen auf den Boden und dann gehen sie los, okay. Nee, ich muss nicht nochmal Analyse machen. Da, blau, 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 blau. Er ist durchs blaue gelaufen in dem Moment. Ich habe geblockt. Okay, es hat funktioniert, so halt. Ja, das gibt mir das, gib mir das. Nice. Er läuft einfach und es tut einem weh. Er ist so weit weg, er ist so weit weg. Gebt mir grün. Das ist mein grün? Nein, das war sein grün. Nice. Das ist mein grün. 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 Was ist das da? Ein Buch? Ich muss mehrere Kräuter finden. Das ist mein grün. 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 Oh, das ist so Logik. So ein Logikproblem. Okay. Das heißt, ich muss auch noch überprüfen, wer lügt indem ich mich umgucke. Okay, der sagt, dass es irgendeine Bar gibt. Wir prüfen, ob der Waffenladen Heilmittel verkauft. Okay, ist doch nicht so schlecht. Ich dachte, die sagen Sachen über sich gegenseitig. Gib Gas. Gib Gas. Leben am Limit. Okay. Kaktor im Graffiti. Schwarze Null. Ne, das hieß Typ Null. Das Monster hieß nicht Schwarze Null, das hieß Typ Null. Das ist die Lüge. Ja. Fünf. Nein? Ja? Was? Oh, es gibt keine Schwarze Bestie. Die heißt Typ Null. Ach, ich soll die Wahrheit sagen. Oh, shit. Ich dachte, die Lüge. Nur einer sagt die Wahrheit. Was? Haben sie jetzt geändert? Oh, das muss doch jetzt geändert werden. Oh. Oh, 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 oh. Okay, wir schauen uns erstmal um. Ich trottel. Ich dachte, ich soll den Lügner finden. Ups. War auch zu einfach. Irgendwo waren Bücher. Hier. Hier. Hier schonmal Waffenladen. Krämerladen. Waffenladen. Waffenladen bist du. Verkaufst du Heiltränke? Silent. Was ist das? Mach ein PEEP und du bist weg. Das ist eine Verwaltung. Elixier zumindest. Heil TP. Also ist das ein Heiltränk. Ja. Der verkauft Heiltränke. Geh vor deinen Weaponsen. Ändert sich die Aussage von denen oder ändert sich... ...quasi das auf der Karte? Willkommen zu meinem übrigen Verwaltung. Bitte verüßt die Selektion. Okay, das ist die Schaffrau. Gas. Gas. Was steht da? Gas. Kann ich irgendwie Ego-Perspektive machen? Notizen anschauen. Was? Woopsie. Ich kann das Schilder nicht lesen. Willkommen zu meinem übrigen Verwaltung. Bitte verüßt meine Verwaltung. Das eine war doch Gas, Leben am Limit. Gib Gas, Leben am Limit. Oder so. Wie ist das? Du bist ein Hotel. Irgendwo ist auch ein Graffiti. Graffiti. Ist das, soll das das Graffiti sein? Ein goldener Kaktor in einem Graffiti. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Graffiti. Das ist noch nicht so gut. Ich weiß, wie es den Ego ist. Ich kann ihn nicht sagen. Ich würde das nicht sagen. Ich würde sie nicht sagen. Okay. Für mich alle. Jetzt soll ich auch noch drei Leute im Kartenspiel besiegen? Schädlich. Wir haben eigentlich mal einen neuen Kampfsimulator? Schädlich? Nein, immer noch die drei Espes. Oh, Foto. Hey Dave. In der Fetch-Quest. In der Quest, in der Quest, in der Quest. Wirklich ein bisschen Quatsch. Es könnte alles optional sein. Welchen Ort willst du? Rico hat eine Fotolocation auf deiner Karte markiert, die ist komplett woanders. Ich lieb's. Ich lieb's. Soll es das sein? Unterirdisch. Oberer Ebene. Okay, das hier war der Rennvorbereitung. Der rumlungende Kartoreros. Genau. Und betrügen gleich gemacht. Und hier sind die drei Kartenmenschen. Da ist noch ein schwarzes Brett. Das hier entführt. Was mit dir? Dich hab ich noch nicht. Du hast gestern die Story beendet. Und bist du zufrieden? Es kann auch sein, dass das Kraut, was ich habe, schon reicht. Und ich muss nur eine Sache machen. Gemüsebeet. So, von welchem... Das ist genau das gleiche Graffiti, wie das in dem Ding drin war. Die kopieren einfach die Graffitis. Ich sehe da keinen Kack da drin. Notizen anschauen. Ich bin gerade bei... Bei... Eins. Nee. Eins ist... Ah, hier. Hier ist ganz viel Graffiti auch. Ich sehe trotzdem keinen Kack da. Ein goldenes Kack da. Ja, das sollte die Eins sein. Okay, hier ist noch mehr Graffiti. Kann ich nicht nochmal lesen, was sie gesagt haben? Okay, zwei und drei ist dann irgendwo hier. Genau, das ist der Waffenladen wahrscheinlich. Und das andere ist der Buchladen. Aber beim Buchladen sehe ich... Achso, doch hier. Was ist der Titel von dem Buch? Rede. Das Problem ist, der sagt es auf Englisch. Und dann fünf ist da hinten. Hallo Alminada. Fünf ist da hinten drin. Ich komme in das komplette Land jetzt. Was? Ich dachte, ich bin ein Gefangener. Okay. Ah, das muss ja in der Stadt sein. Hier irgendwo ist das. Achso, das ist... Achso, das ist... Okay, das ist das mit dem Tier. Und die vier? Was ist die vier? Vier muss dann Graffiti sein. Vier. Das ist Graffiti. Da ist kein goldenes Kackdor. Ich check das mit dem Kackdor nicht. Ein goldenes Kackdor hieß es. Hier ist aber sehr viel Graffiti. Ich muss mir jetzt nochmal anhören, was die sagen. Ich check nix. Da ist ein Chocobo. Ich schaue, was passiert, wenn ich dem jetzt schon mal eins gebe. Das reicht. Ohne das Original zu kennen, denkst du das? Ja, also die Story im Kern ist bisher die gleiche. Bis auf... Bis auf die schwarz gekutteten Menschen. Bis auf quasi... Ich weiß nicht mehr, was der Grund im Original war. Aber hier ist ja der Grund, warum wir unterwegs sind. Wir versuchen Zephyros zu finden und dafür folgen wir den schwarzen Kutten. Das ist im Original nicht so. Okay, wo sind die... Barbertaschen und dann könnte ich... Oh, jetzt kann ich zuerst machen. Wir gehen zuerst in das... In den Obstgarten, Gemüsegarten. Schaut so aus, als bräuchte ich drei. Das heißt, vielleicht möchte ich das dumme Kartenspiel nicht machen. Aber man kann Sachen tauschen, wenn man zu viel hat. Okay. Was sind das für die Fräschchen? Komm runter. Jetzt, wo ich so alleine bin, sollte ich glaube ich einfach alle Magie, alle Material ausrüsten. Einfach alle. Ähm... Aber ich keine... Was? Jetzt mal Gewitter... Oh Gott, ich habe ja nur Schrott. Ich habe ja noch komplett verlevelt. Glut, Frost, Gewitter, Luft. Nee, nee, nee. Glut und Frost, Gewitter und Luft. Genau. Glut, Frost, Gewitter, Luft. Feintechnik, Automagie. Aber das hier ist verknüpft, deswegen... Äh... Wo steht es hier? Ähm... Und dann ist das hier. FP Boost. Feintechnik kann mich mal. TP Boost. Analyse, Luft. TP Boost. Heilender Schock. Ja, 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 ja. Vysische Attacke. Magische Attacke und physische Attacke. Was ist heilender Schock? Füllt die eigenen TP gerüngfügig auf, wenn der Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Äh... Okay. Heute alle Chars auf Max-Level gebracht, so wie die meisten Materien. Jetzt geht's zum Legendären Kampf-Simulator an den Kraken. Noch ein paar Mini-Spiele-Runden. Rekordet nach ist der Hard-Mod dran und natürlich... JEDES-DATE. In den Trophäen steht gar nichts von JEDES-DATE. Ist JEDES-DATE irgendwie gekuppelt an eine andere Trophäe? Kaktor! Gib ihm! Oh, Kaktor wäre so cool, wenn er eine Bestie werden würde. Vielleicht wird Kaktor eine Bestie. Glaublich. So, wir können grappeln. So, jetzt hab ich nur die. Jetzt pass mal auf. Und auf einmal ist man tatsächlich... sehr gut. Kein Wunder, dass ich die Katze nicht besiegt gekriegt hab so schnell. Für die Hotel-Trophäe. Ah, ja. Was ist hier? Truhe. Mega trank, sehr gut. Bring it! Bring it! Storm's coming! Oh! Underset! Um... Tobey! Ich bin ein Stück. Bist du dein Stück. Also auf der Dpage. Los geht es, bis dann! Jährlich! Delle! Er... Wer... Es ist hier! Nuss. Ich bin ein Stück! Vom... Er... E... Er... 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 Dort ist das Remake gespielt, oder? Weil um das Remake auf 100% zu bringen, musst du auch einen krassen Bild dir bauen, um mir die Yuffie, wie heißt er nochmal, nicht Nero, sondern Blanco, doch Nero, um mit Yuffie Nero zu besiegen. Beziehungsweise auch, ja, was soll ich echt da hin? Okay. Beziehungsweise auch im normalen Remake einfach muss man sich einen krassen Bild bauen, um alle Bestien hintereinander zu besiegen. Das war auch krass, aber geil, ist nicht schwer, wenn man einmal checkt, wie man es bauen muss. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ach komm, noch während den geilen Attacken. Remake of Platinum schon ätzend wegen den No-Hits bei manchen Sachen? No-Hits? Achso, bei manchen Kampf-Simulator-Sachen gab's No-Hits-Sachen, ja. Oh, ich habe eine Falle genommen. Oh, ich habe eine Falle genommen. Oh, ich habe eine Falle genommen. Ich könnte an denen einfach vorbeigehen. Egal. Irgendwie muss ich ja leveln. Die stehende Motorradkampf war gemein, aber es war eine von den schwereren, aber der Kampfsimulator war das krasseste. Eigentlich muss sich der Todesklaue ja nur ausweichen, dann sind sie geschockt. Wenn sie dann angreift, in dem Moment, wo ich in der Luft bin... Null Vorwarnung, dass sie kommt, die Attacke. Direkt die Andere, die Andere, ja... ... Ich bin schon wieder aufgerufen. Ich bin schon wieder aufgerufen. Nein! Let's do this. Sorry. Just like that, okay? Ist das eigentlich so, in Irland sitzen dann abends die Leute auch bei einem Bier daheim, wie es oft in Deutschland ist? Das weiß ich nicht. Ich gucke nicht in die Fenster rein. Die Leute sitzen aber eher im Pub und trinken dort ein Guinness mit ihren Freunden. Das war Quatsch. Du musst doch Eis machen. Habitas, ernsthaft? Wo? 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 Wie war das nochmal? L1 gedrückt halten. Gott, halt es wenig inzwischen. War es in Patrick's Day? Keine Ahnung, ich war nicht hier. Ich lag kotzend in Köln. Weißt du, womit Cloud viel cooler aussehen würde? Na Cap? Leila, was? Leila, dankeschön für 39 Monate. Was für ein Schnuckelfratz. Muss ich grad an denken. Dankeschön. Hast du im Original gehasst? Wen? Kaktor? Kampfsimulator. So viele Kaktori. Trotzend in Köln, die Ü18 Version von Verliebt in Berlin. Mhm. Geht's ja wieder gut. Mir ist immer noch manchmal ein bisschen schlecht. Aber das kann auch PTSD sein. Keine Ahnung. Ich fühle mich immer noch schwach. Aber... Es ist mein männlicher Körper, der jeden... Der jede Entschuldigung sucht, um... um krank zu sein. Warte, ich muss die analysieren. Ich muss euch analysieren. Ich bin tot. Ach, der Motorradkampf. Wieso bin ich eigentlich nach Irland gegangen? Meine Partnerin hat einen sehr guten Job angeboten gekriegt hier. Also sind wir hierher gezogen. Wird das auch mal krank sein? Ich bin viel zu oft krank. Also, ich hab sauer oft Erkältungen. Aber Lebensmittelvergiftungen hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr. Und boah, ist das fucking ätzend. Ich weiß nicht, ob es Lebensmittelvergiftung war. Vielleicht war es auch... Ähm... Magenvirus. Das kann man nicht wissen. Ich habe auf jeden Fall dem Restaurant keine schlechte Review geschrieben. Aber ich habe keinen Beweis dafür, dass die das waren. Alle, diese tausend Nadeln. Das kann dauern, bis sich die Magenschleimhaut erholt hat. Katharin hat auch zwei Wochen gebraucht. Es gibt so Sachen. Ich weiß nicht genau, was für Sachen. Aber manchmal esse ich was und mir ist eine Stunde lang schlecht danach. Aber ist nicht so schlimm. Diese 24 Stunden waren schrecklich. Los, wir lassen einen übrig und an dem machen wir Analysieren. Analyse. Analyse. Oh Gott, so viele Nadeln. Oh Gott. Oh Mann. Hast du eine Intoleranz gegen etwas? Nein, ich hatte... Ich hab... Was? Nein. Ich war krank. Ich level trotz Tod? Ist das dein Ernst? Das heißt, ich merke mir nicht, die Analyse wird zurückgesetzt. Aber mein XP wird nicht zurückgesetzt, wenn ich neu lade. Krass, das ist sehr gütig. Weil... Aber nur die EP. Ja, weil die Analyse hat er sich nicht gemerkt. Was ich ja ein bisschen doof finde. Weil einmal analysiert, weiß ich ja was es ist. Aber gut. Was mit den EP? Ist ja gnädig dann. Die Nadeln, wie sie runterfallen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich muss irgendwie viel Rager machen oder so. Ich hab meinen Mann vom Badezimmerboden gekratzt. Er lag auf einem Handtuch auf dem Boden vor der Schüssel schwitzend, brechend am Arsch. Ich habe ja bei einem Kumpel geschlafen. Und der ist Arzt. Und die Nacht davor sind wir zum Japaner gegangen. Sehr guter Japaner. Wir haben Fisch gegessen. Keinen rohen Fisch. Und dann vier Stunden später ging es mir schlecht. Und dann acht Stunden später hat es mein Körper endlich geschafft zu kotzen, nachdem ich es drei Stunden probiert habe. Und da war ich mir auch sicher, dass es definitiv der Fisch war. Aber er und die Apothekerin haben gesagt, ja kann sein. Aber sie haben auch genau die gleichen Symptome wie zum Beispiel Noro. Oder halt ein Magenvirus. Also es kann sein. Ist halt untypisch für so ein gutes Restaurant. Man kann es nicht wissen, weil die Symptome sind einfach die gleichen. Aber mein Kumpel wäre fast ins Krankenhaus gegangen und hätte mir einen Tropf gemacht. Das Bild hätte ich dann gerne rumgeschickt. So wie ich einfach in einer random Wohnung liege mit so einem Tropf am Arm. Weil ich war so krass dehydriert. Was man erst am nächsten Tag merkt. Okay, wie fick ich die? Erstmal Notizen anschauen. Das sind schon viele, ey. Sechs Kaktor besiegen ist krass. Kaktors sind eigentlich nicht schwer. Aber die können halt attacken. Die machen zum Beispiel eine Attacke, die heißt 10.000 Nadeln, die macht 10.000 Schaden. Die können wahrscheinlich jetzt nicht 10.000 Nadeln, aber der eine kann 3.000 Nadeln. Was 3.000 Schaden macht. Oder Vertigo. Fischverkifftung kann böse sein. Ja, aber ich... Davor war ich in der Kölner U-Bahn und Straßenbahn, hab alles angefasst. Und mir danach wahrscheinlich an den Mund gefasst. Ich kann genauso gut ein Virus gekriegt haben. Aber was gegen Virus spricht, mein Kumpel und die Leute, die ich getroffen habe an dem Tag, sind nicht krank geworden. Was wiederum für Lebensmittelverkiftung spricht. Egal. Ist vorbei. Ich muss einfach saugut ausweichen und die ganze Zeit blocken. Wie wärs. Und nicht in der Mitte stehen, wo die Nadeln runterkommen. Und vielleicht auch nix an wie sie. Einmal eine Attacke. Was? Wie soll ich denn dann ausweichen? Tja. Wenn ich ATB voll hätte, würde ich einfach zweimal Feuerager machen, was ich nicht habe. Kann man... Ich lieb bei Final Fantasy, die 8 gibt es einen Gegner. Das ist ein Untoter. Dem kann man eine Phoenix Feder geben und er ist instant tot. Weil du belebst den Untoten, was ihn tötet. Ich will nicht. 3000 Stachel. Wie? Beim ersten Mal ging es noch am besten. Wie? Dave, wie? Wie hast du es gemacht? Du warst einfach stärker. Weil du nicht durchrennst, wie ich. Ich meine, ich könnte zuerst einen Ring anlegen, der mir Protest gibt. Vielleicht habe ich so einen Ring. Oder... Amulett? Ja, sehe ich das irgendwo? Muss ich lesen. Seelenohrring belebt einmal automatisch wieder. Aber ich habe sauer wenig Leben dann. Zustand Schlaf. Talisman. Ne, habe ich nichts. Und ich habe auch keine Materia, die mir instant eine Fähigkeit gibt. TP, Boost, Analyse. Gewitter, Luft. Ich könnte all die Dinger weg tun und mir mehr TP geben. Ich brauche keine Magie. Und... Jetzt habe ich alles auf TP Boost. TP Absorvation. Ne. Widerstand gibt mir eben... Ne, das ist es nicht. Effizientes Blocken. Präzise Abwehr. Knallhart. Erstschlag. Du meinst, damit ich sofort einen vollen Balken habe. Das wäre ja... ATB Boost. Habe ich aber nicht. Ich habe keinen Erstschlag. Wäre halt schön, wenn ich instant eine Barriere hätte. Ich habe keine Materia, die instant eine andere Materia aktiviert. Schon krass, wie man gefangen ist in der Story. Ich meine, ich kann nicht wirklich zurück. Ich meine, wahrscheinlich könnte ich komplett zurückgehen und mich leveln. Es geht schon. Jetzt habe ich viel mehr TP. Bin ich denn voll eigentlich? Äh, jetzt nicht. Okay, ich muss mich... heilen. Übertrank. Chill. Gute Nacht, Prani. Ich habe es mit perfekten Blocken versucht und dann sofort angreifen, die so schnell wie möglich runtermetzeln. Kann ich die ganzen Stacheln blocken? Das ist ja jedes Mal eine Attacke. Die Attacken sind physisch, ja. Kann mal gucken, ob mein... bei mir alles auch physisch gemacht ist. Oh, das geht noch. Ich kann den Ring von... Barrett nehmen. Und dann gucken wir noch, ob wir hier was haben. physische Abwehr plus 75. Plus 77. Auch Barrett. Vielleicht könnte ich hier noch Barrett's Überlebensweste nehmen. Damit physische Abwehr extrem hoch ist. Ausweichen. Ja. Bei sechs Stück ist das selten Problem. Einer von denen macht immer irgendeine Nadelattacke. Die Crazy Koakuma kommt vorbei. Hallo. Schaut euch an, wo wir gerade sind. Wir sind in einem dummen Kampf, wo wir einfach nur sechs Kaktau besiegen müssen. Das ist schwer. Ich krieg's nicht hin. Hey Max Holmes. Dankeschön fürs Reinschauen. Ich stream zurzeit nachts, wenn ich Bock hab. Gechillt Final Fantasy. Weil ich liebe die Final Fantasy Reihe. Normalerweise streame ich Pokémon tagsüber. Kissenschlacht. Pass auf. Ich hab ne Kissenschlacht hier, nur die Kissen sind Kakteen. Ich muss einen anvisieren, sonst die sind so schnell. Die machen alle tausend Stacheln. Guck, wir geben fünf Stück auf einmal die tausend Stacheln machen. Wie soll ich dem ausweichen? Ich bin schon tot. Und jetzt erst kann ich ATB machen. Und dann mit Flammenblitz ist einer instant weg. Das ist ja... Das ist ja easy, aber... Was ist da zu kommen, ey? Zwei besiegt. Die kleinen Dinger so stark. Kaktoren haben halt Nadeln. Keine gute Verteidigung, aber Nadeln. Wir haben heute Lords of the Fallen Battle gespielt. Das ist echt gut gemacht. Nice. Wir sind knackig. Ja, nur weil es viele sind. Ein Kaktor ist eigentlich nicht schlimm. Aber irgendeiner kriegt dich immer mit seinen Stacheln. Hallo Kuschelhase. Scully. Nehmt euch in acht. Hier ist die Schlacht. Die Attacke macht immer garantiert Schaden, wenn sie dich trifft. Also es gibt halt verschiedene. Es gibt tausend Stacheln. Die macht halt tausend Schaden. Weil ein Stachel macht einen Schaden. Wenn dich jede Stachel, wenn dich jeder Stachel trifft, kriegst du tausend Schaden. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber es sieht so aus. Beziehungsweise ich sehe die ganze Zeit hunderter Schaden. Vielleicht sind es dann zehn Stacheln und jeder macht hundert. Einfach probieren, bis man sie kriegt. Gib mir wenigstens einen vollen Ball, girl. Hätte er anzugreifen, hätte er anzugreifen. Oh Gott, das wird sogar mein ATB. Okay, Mutangriff, macht keinen Sinn. Was geschieht, was geschieht, warum greift keiner mehr an? Brauchen eine Luft, okay. Seelenohrring, ATB-Boost. Und es gibt eine Waffenfähigkeit, mit dem kannst du einmal wiederbeleben. Die habe ich glaube ich nicht. Aber Seelenohrring könnte mal probieren. Ich weiß noch nicht, ob Seelenohrring jedes Mal... Quasi kriege ich den Seelenohrring wieder. Wenn ich den Kampf nicht schaffe. Sonst sind die gleich alle weg. Wenn der... wenn die wenigstens ein bisschen stillstehe... Okay, ich muss auch einfach blocken, wenn ich sehe, dass da was kommt. Ich warte mal, bis ich zwei ATB-Balken voll habe. Jetzt. Und jetzt mache ich einfach Flammblitz und vielleicht kriege ich mehrere. Einer muss übrig bleiben, muss einen noch analysieren. Kaktor E. Du bist jetzt... Woher soll ich sehen, dass einer gerade auf mich zielt? Also ausgerüstet und es wird benutzt, ist es weg. Solltest du dich aber zurück vor Kampf machen, hast du das gute Stück noch. Vor einem Kontrollpunkt. Ne, ich schaffe es auch ohne Seelenohrring. Die weichen nicht aus, wenn sie Stacheln schießen. Ja, aber ich muss ausweichen, weil wenn die mich treffen, bin ich weg. Es ist halt das Problem, entweder ich visiere keinen an... Und dann kann ich alles besser beobachten, aber dann ist es super schwer, die zu treffen. Weil die so sau schnell rumdüsen. Und wenn ich anvisiere, bin ich die ganze Zeit hinter einem her. Wodurch ich die anderen nicht sehe, ob sie gerade angreifen. Wir haben jetzt sauer zu lange. Ich kann was anderes probieren, aber vielleicht, vielleicht mache ich Dinge ins... Vielleicht mache ich Schwertsturm. Ah, die ist viel zu kurz, die hat kaum was gemacht. Ich weiß auch nicht mehr, wer mich gerade umgebracht hat. Schwertsturm. Das sah gerade ein bisschen mickrig aus, der Schwertsturm. ATB-Boost sorgt halt dafür, dass ich vor allem aus einem Balken zwei machen kann. Oder ich glaube, aus einem sogar drei Balken machen kann. ATB-Boost ist auch, dass ich L und R drücke und dann, boom, kriege ich einen ATB-Boost. Aber dafür muss ich halt erstmal ATB haben. Wow. Es ist erstmal mal drei Stück. Diesen fetten Regen. Wie treffe ich die alle? Die Störung ist auch geil gewesen. Die Störung ist geil, wenn da gerade welche wären. Wow. Die Cloud einfach ins Nichts stört. Vielleicht muss ich für Störungen nichts anvisieren. Vielleicht ist das Problem, dass ich echt anvisiere. Vielleicht muss ich mich einfach in die Mitte stellen und Schwert stumm machen. Störung gibt ja ATB, wenn man trifft. Ich visier jetzt nicht an. Aber irgendjemanden visiert halt immer. Aber wenigstens einen vielleicht in meinem Blickfeld. Ich muss eine Analyse noch machen. Wahrscheinlich krieg ich irgendwo auch anders Kacktoren, aber ich will eine Analyse noch reinkriegen. Wie viel sind es noch? Okay, den steigst du mal weg. Die anderen gehen doch auch, komm. Wirkungslos während Limit und... Ey, ey, ey. Ey, geh weg. Wehe. Wo ist es? Wo ist es? Okay. Ja, der Trick ist nicht anvisieren. Wenn du nicht anvisierst, dann kannst du so halt Gruppenattacken machen. War nicht schwer. Ich bin also ein Anvisierer, weil ich gerne den Gegner im Blick behalte. Aber das ist hier, glaube ich, der große Nachteil. Okay, habe ich gerade das Kraut eingesammelt, ich glaube. Und ich habe es sogar analysiert. Let's go! Triple Slash. Ich glaube, Triple Slash habe ich noch nicht. Mit einem Leben. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendwas ausgerüstet, dass ein TP übrig bleibt immer. Aber eigentlich... Vielleicht ist das irgendeine Fähigkeit oder so, dass ein TP übrig bleibt. Weil das ist mir ja ständig passiert in letzter Zeit. Ich muss irgendwo kurz pennen. Ich will den roten Bildschirm nicht haben. Den müsstest du als Base Skill haben. Ein TP immer zu haben. Okay, wir gucken jetzt mal, wer von denen die Wahrheit erzählt. Muss ich denn Geld geben? Ich brauche nix. Danke für den Clip, Sky. So, was sind die Lügen? Die Lügenbande. Was ist mit dem? Ja. Wo waren die nochmal? Hier gleich. Okay. Ah, das kostet. Oh, die haben alle was anderes jetzt. Die sagen alle was anderes. Also nochmal sagen. Oh Gott, die sagen alle was anderes. Der hat Potion gehabt. Der hat ein Elixier gehabt. Was ein Potion ist, weil es heilt TP. Aber es ist halt nicht laut da drin. Kann es eine Lüge in der Wahrheit sein und es ist trotzdem eine Lüge? Weil er verkauft Potions. Was? Ich glaube nicht, dass es da drin laut war. Das weiß ich nicht, schreck ich nicht. Das ist eine Lüge. Heißt du es falsch? Naja. Okay, ich muss mir nochmal alles anhören. Was für eine Scheiß-Quest. Was ist los? Cosmo Canyon. Ob man den trinken kann. Immer voll laut. Jetzt sagen sie wieder das Gleiche. Was? Muss ich weggehen, dass sie was Neues sagen? Ich will mich relaxen. Plus, sie sind Posten. Ich werde die Autobiografie lesen. Meditationes auf dem Outlaw-Liefe. Aber die Buchstabe hat es noch nicht in Stock. Meditation of the Moon. Hast du das Graffiti an Gus'em Platz? Er hat einen Del Sol-Kaktuar in da. Seht ihr, ob ihr ihn finden könnt. Wenn du den Beest-Battle-Ground besitzt, könntest du in einem rareren Monster namens Test Zero. Nein. Doch. Test Null. Das ist die Wahrheit. Es hieß Test Null, nicht Typ Null. Test Null. Ja. Das muss es sein. Ich bin fertig. Wenn du den Beest-Battle-Ground besitzt. Einfach nur weil ich eins sicher weiß, dass es stimmt. Und... Okay. Keine Ahnung wegen dem Graffiti. Ich glaube das Buch ist, dass der Typ vor der Tür halt sagt. Den muss man zuhören und... Ja, geht schon. Und das macht 3. Once Pico's had his fill, das tut weh. Das tut weh. Machst du schwimmen? Wie kriegt man mit Lorenzen denn? Schwimmen. Ähm... Warum mache ich keine Support-Videos mehr? Mach ich schon ewig nicht mehr. Keinen Bock. Das weißt du aber. Ich glaube mehr muss ich nicht machen. Ich glaube das letzte wäre, dass ich die... Karte das Kartenspiel mache. Das ist mir aber zu langwierig. Es sind 3 und dann wahrscheinlich noch den Roboter besiegen. Das heißt ich gehe jetzt zum... Chocobo... Und das sollte es sein, glaube ich. Wie kommt ihr alle? Alles klar. Was? Im Waffenladen ist es leise. Wenn du die Kisten umwirfst, kannst du nichts mehr kaufen. Echt? Weil es dann zu laut ist? Jaja, ich dachte mir schon, dass es leise ist. Ähm... Davor hatte sie nämlich nur gesagt, hey, der verkauft Tränke. Und dann bin ich hingerannt, ja, Tränke verkauft. Jetzt hat sie zusätzlich auf einmal gesagt, der ist immer so laut. Was? 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 Warum kriege ich da unten eine neue Quest? Nur weil ich sie anrede? Okay, das war's. Wo startet Rennen bei dir? Welches Final Fantasy ist mein Liebling? 8 war mein erstes. Und ich find die Story von 8 immer noch geil. Simpel, einfach, Liebesgeschichte, Renoir, King, Queen, Squall, coole Socke. Ende geil, Hexe geil. Alle geil. Bisschen kitschig am Ende. Extrem kitschig. Aber egal. Ist halt Nostalgie. Ist halt Nostalgie. Final Fantasy 8. 10. 10 ist glaube ich das Beste, das noch die Final Fantasy zur Rezeptur hat. und 15 finde ich tatsächlich das Beste. Was viele nicht finden, aber ich fand 15 mega geil. Die Welt des Angeln. Die Bosse. Die Story. Die Espa. Das zog ist ja dann. Die Schönen. Die Schönen, die Schönen wird nicht saubern. Sie sind die Schönen... Sie haben die Schönen! Die Schönen, von einem Pferde. Die Schönen, in der Rezepturreite, ist halt nur, wer im Wasser. Woher steht nicht sicher, aber alle Gefühle. Wie geht's dir? Jens nachoccasion. Stimmt, das ist das erste Renngläuch, was ich mit nem Chocobo mach. Ach, ach, jetzt sind wir quasi, ach, vorhin konnte ich nichts machen und jetzt sind wir quasi von hinten in den Golden Saucer rein und jetzt machen wir das Chocobo rein, ach, wie cool. Ok, 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 aber vorhin konnte ich es ja nicht machen. 15 ist auch wenig Final Fantasy, die ganzen Final Fantasy Teile sind seit 15 nicht mehr Final Fantasy, deswegen meine ich 10 ist so immer noch das, was so die Final Fantasy Essenz hat, aber 15 fand ich als Spiel halt einfach. Mega. Ja, können wir loslegen? Hallo, hallo, hallo. Ich will den blauen, ich will den blauen Cowboy. Ich will den blauen Cowboy. Ich muss mich ausziehen. Ich will den Joe aber, fast. Ich will den blauen, ich will den blauen. Ein Freude, dass du mit deinem Begegnügen hast. Das ist Cloud. Und eine auf und kommende Star auf der Straße. Und alle unsere. Sei sicher, wenn du dich aufhörst. Wow, das klingt, als ob du einen Fan hast, Son. Ich wundere aber. Willst du sie mit deinen Fähigkeiten gewinnen? Oder mit den schmutzenden Augen? Ich liebe Galatzaptors dafür. Warum kann es nicht beide sein? Es war über die Zeit, dass ich ein paar Konkurrenz hatte. Wahrscheinlich, dass Esther nicht voll ist. Für beide unsere Worte. Ich hoffe, dass sie nicht ist. Vergiss, dass die Espers sind. Aber die Espers sind halt unkontrolliert gekommen. Und Titan war halt riesig, ne? Der konnte nicht einfach überall erscheinen. Was schon logisch auch ist. Können wir hier trainieren? Ach, lustig. So viele Spiele im Spiel. Lenken, beschleunigen, verlangsamen, driften. Galatzaptors macht erstmal dreimal Agilität davor. Okay, ich muss X gedrückt halten. Ja, okay. Verlangsamen das Kreis. Mit L kann ich Sprint einsetzen. Chocobast. Oh, wow. Okay, das wird schwierig. Alles cool. Das ist sehr cool gemacht. R1 ist Sprint. Okay. 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 Sprint check ich nicht. Wenn ich R1 drücke. Ah, jetzt. Alle müssen abgeschlossen. Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach du. Lass alle Trinkseinheiten. Okay. Und jetzt ist noch mit anderen Chocos auf der Leiste. Ding da. Wir müssen schnell sein. Viel Spaß mit Mari. Mari? Kannst nur einen Sprint auf einmal haben. Also der Driftboost muss erst auslaufen. Ah, okay. Ich spame einfach. Sind Sie bereit für Ihr Debut in der Rennenwelt? Unsere nächste Rennen wird kurz beginnen. Alle teilzunehmenden Jockeis. Bitte gehen Sie zum Paddock. Sind Sie gut zu gehen? Ach, Mari. Oh. Ja, jetzt fühlt sich Maruka drin. Ja, Choco verfügt über die Statuswerte Geschwindigkeit. Ich habe schon... Ach, dann kann man auch noch den besten Chocobo finden. Oh mein Gott. Accessoires gibt es auch noch. Die ich nicht habe. Ah, doch. Uuuh. Das hat schon mal... Wie, das kann nicht umgefärbt werden? So, einfach so? Okay. Alleskönner Käppi. Alleskönner... ...Tropenstohler. Oh mein Gott. Es geht ja alles hoch hier. Alleskönner Beinschutz. Alleskönner sieht am besten aus bei allem. Erhöht den Effekt der Beschweinigungsfelder. Okay. Alleskönner Beinschutz. Wann sehe ich Fisch aus? Ich bin ein rasender Reporter. Da habe ich gemerkt, dass die Federn wichtig sind. Oh Gott, da sind Hindernisse. Das haben wir nicht geübt. GSN Gold Sosa News. Wir haben auch noch Jockey Outfits. Ich brauche auch... Warum habe ich kein Jockey Outfit an? Das wäre so lustig. Das ist mein Rival, oder? Weißt du, während Barrett hier irgendwie die gesucht wird von der Welt und alles zerlegt, mache ich erstmal ein Rennen. Ja. Du bist jetzt über das Kolosseum, bist du? Ja, ich war da. Oder ich hätte, wenn ich nicht in der Pfanne zu gehen, bevor ich bin. Das ist unglaublich. Du bist so glücklich. Ich bin nicht nur. Das ist deshalb, dass ich meine Zähne gewinnen. Oh, was ein gründer-schmerziger Parfait. Und mit vieles Blumenkuchen, ich sehe. Bottoms up. Oh. Jetzt hat er auch noch den Klingelton. Oh, ich bin gut. Danke. Wissen Sie, wie heiß es hier ist? Ich melde. Warum haben sie sie eigentlich mit... mit... mit Reno... Ne, wie heißt der? Reno? Mit dem Rothaaring ersetzt. Ich weiß, der ist noch da, aber... Eigentlich war er immer mit dem Rothaaring unterwegs. Und bringe etwas kaltes, um zu trinken. Oder besser gesagt, Eis-Kreis! Ist Vanilla okay? Nein, Vanilla! Geräusche? Ich werde hier einen Hohenstrahl bekommen. Ich werde sterben! Du willst das? Ja? Ich wünschte, du wärst hier, Partner. Ja, schau. Reno fehlt mir. Elena ist ein sehr guter... Sehr guter Charakter. Ist sehr lustig. Er hätte trotzdem zu dritt sein können. Hallo, hört auf, schnell zu sein. Was? Was? Ich krieg nichts. Ich muss mir blaue sammeln, ey. Habe ich automatisch Hast eingesetzt? Ich habe das nicht eingesetzt. Oh, der ist weit weg, ey. Oh, der ist weit weg, ey. Nein, was ist mit den Dingern? Fuck. Ach, Schuss, das sind andere Items, ach so, ich dachte das wäre immer noch die Hast von vorhin. Ach so, jetzt schicke ich, was das Ding da um mich rum ist. Ah, ich muss die alle verschießen, damit ich wieder neu laden kann, okay, mehr als 10 gehen geht nicht, keine blauen mehr, rot bräuchert auch nicht, aber was soll ich sonst sammeln? Aber gut, der eine Schuss hat mich nach vorne gebracht, ist aber sehr cool gemacht, krass, das könnte ein vollwertiges Spiel einfach sein. Das könnte echt ein vollwertiges Spiel sein, oder halt so ein 10 Euro Online-Spiel. Okay, wenn ich das schneller gecheckt hätte, wäre es noch einfacher gewesen. Ich bin echt genau in der Mitte durch, zweimal in der Mitte durchgeflogen. Hey, so gerade von Queensblood? Ne, von dem Rennen hier, aber Queensblood könnte auch ein eigenes Spiel sein. Wird es ein eigenes Spiel? Ist es schon ein eigenes Spiel? Ja, ich bin echt nehm. Ich bin echt ein eigenes Spiel. Ich bin echt ein eigenes Spiel, das ist alles, was ich? Ich bin echtes Spiel. Und dankst du, meine Präsenzion wird eine wahre Kirche sein. Es ist gut für dich. Oh, so frosty. Aber hier in der Deserstes, wir lieben es heiß. Es heiß, färgerlich, gefährlich! Ja, ich glaube. Jetzt, wo ist unser Junge? Ganz einfach, Snowflake. Solemn Gus ist ein Mann von seinem Wort. Are you scared I'll break my promise? Das Tunnel da oben da wird dich wo du musst. Pass all that quicksand, wie ein Slippery little Sidewinder. Und auf der anderen Seite, ein von meinen schönen Vulturen wird warten, um dich durch den Dessert. Also, du bist ein guter Tourist. Wir haben den Schütte McShootersen zusammengezogen in einem Schack in der Schrapp-Yard. Aber jetzt ist er alles dein. Pass ihn auf, gib ihm seine Desserts. Es ist dein Geil zu machen. Manche Leute würden jetzt irgendwie in die Wüste gehen und groß leveln. Ich renne in den Tunnel. Auf zum nächsten Storytime. Wir kennen ihn. Er würde nie das tun. Well, wir finden uns schnell genug. Sind die anderen gelevelt? Nope. Wie die einfach Gravitas können, die kleinen Frischchen da, ey. Das ist jetzt hier lang. Ich muss mir vorstellen, dass das hier lang ist. Ich soll die anderen überprüfen. Und sowieso, Cloud ist eh komisch gelevelt jetzt. Komisch gemateriert. Äh, wo kann ich so? Nee, so und dann so. Hier. Moment. Ach was, ich hab keinen Bock. Einfach weiter. Oder lass zumindest kurz die leeren Sachen auffüllen. Äh, das. Da machen wir. Wo ist es? Effizientes Blocken. Du kriegst. Äh, präzise Abwehr. Du kriegst. Glücksboost haben wir uns gerüstet. Analyse. Chakra. Dann ein Gebet. Alles muss vergeben sein. Feintechnik könnte interessant werden irgendwann. Irgendwelche Blut und Frost. Die sollte ich Cloud geben. Gebe jetzt noch eine Luft. Und noch so Protest-Sachen. Wo ist das? Hm? Toxin. Gesteckte Abwehr. Behandeln. Behandeln. Und. Oh, ich hab eine Schwerkraft. Krass. Oh ja, Barriere und dann Schwerkraft. Ja, ich will keine Zeit. Das dauert ewig, bis ich jetzt glücklich bin mit drei. Und dann, ich muss auch die Ausrüstung ändern. Und dann, ich spiel soweit, bis ein Gegner kommt, den ich nicht schaffe. Und dann rüste ich um. Vogel. Sind wir jetzt ernsthaft draußen? Krass. Boom. Und auf einmal sind wir wieder in der Open World. Komplett übertrieben. Haben wir schon Chocobos hier? Wir sind nur gerade Meister geworden. Warum hab ich keine Chocobos? Und folge ich mal dem Vogel. Was sind das für kleine? Die hab ich schon. Aber die sind nervig. Ja, das hast du schon gesagt, Dave. Deswegen mach ich's. Alle Plätze, die wir ausgefüllt haben, weil alle Chars leveln. Deine Materia. Selbst die, die nicht mal dabei sind. Deswegen. Jetzt könnte ich nur noch Ausrüstungs- äh, Gegenstände ausrüsten, die mehr Slots haben. Oh, egal. Es gibt bestimmte Taktik am Ende, wie man sauschnell Materia leveln kann, oder? Irgendwo gibt's so Gegner, die man immer wieder besiegen kann und krass TP farmen kann. Okay, Chimären. Hab ich die schon mal? Chimären hab ich auch schon. Oh, nee. What? Ich sollte eh nie tiefer spielen. Das war eigentlich irgendeine Angriffsfertigkeit. Er ist Donnern der Welle, wir wendern Feuer, ich hab Feuer. Mach der Unschuld, hab ich das schon? Das meiste ist ja echt gleich geblieben, die Attacken und so. Okay, die lass ich mal. Ah, wo ist jetzt der Vogeland? Das ist ein Gegner, oder? Der Gegner vorhin hat auch Stürme gemacht. Oder letztes Mal. Hey! All das übrigens nicht im Original gewesen. All diese Barrett Sache und so. Null. Aber ich find's passt. Es ist halt dieser Charakter, dieser Anführer von den Roben. Der hat irgendwas mit Barrett zu tun. Der ist halt komplett neu. Deswegen ist der Teil drin. Ähm. Wie ähm. Du willst das Lampen? Das ist alles im Original? Echt? Das ist zu lange, ja. Das? Ich kann mich da. Was? Wer hat denn dann Barrett dazu gebracht? Hä? Das ist nicht im Original gewesen, dass Barrett das Kolosseum abschießt. Hä? Das macht doch keinen Sinn. Für mich ist alles neu. Das ist neu. Der hat keine Freunde. Das war vier Jahre vor. Der Reaktor Korral hat gerade gestern. Dain und ich haben ihn versucht, zu schauen. Versehen, was das Problem war. Aber auf der Weg zurück... Niemand von diesem Sinn macht. Die Explosion könnte die gesamte Bühne unterhalten. Also, woher ist Shinra? Das ist eine richtig gute Frage. Ich habe das Original einmal gespielt vor vier, fünf Jahren und anscheinend alles wieder vergessen. Spiel mir den Rückblick. Er verliert jetzt seinen Arm. Was ist hier los? 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 Das ist hier los. Marlene and Elinor might still be there still so quick to throw in the towel ain't ya come on bleib doch nicht steheeeeen die stormtrooper von shinro Oh, sein Arm. Er lässt nicht los. Du blöde Bitch. Das ist die heiße Frau in Ruhm. So Merlin's. I managed to get away, but I was bleeding out. Figured that was it. Until Doc Sheeran came along and saved me. Put me back together. Most of me anyway. There was no save in my arm, so I made a call. Instead of the normal prosthetic, I chose a means to an end. Guess Dine had the same idea. Guess he did. I'd resigned myself to the fact that he was dead, but if I'd known he'd survive too, I... So that's why Dine shot all those people? To get back at Shinra? I don't know. And I saw him at the saucer. Saw the bodies and the bullet holes. But that's not who Dine is. Whatever his faults, he's not a monster. If I can find him, talk to him. I know we can figure this out. Well okay. What are we waiting for? Was ist hier die Esper? Dieser Stiel? Alter, 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 Alter. Das ist eine Barret-Waffe. Ist es immer noch die gleiche Region? Ich war noch nie in der Region. Also ist es immer noch Alexander, meinst du? Ach, es ist immer noch Alexander. Okay. Oh ja, ist logisch. Canyon davor. I'm sorry, but I need to do this alone. Schaut, zum Glück habe ich nicht umgeskillt. Immer noch Costa del Sol sogar. Heißt das, ich kann zurück? Kann ich jetzt Bikini? Könnten wir Bikini machen? Ich muss mal zumindest das hier machen. Ein paar Sachen. Auch wenn ich nicht weiß genau was. Wie ist das? Fünf Stück. Fünf, fünf, fünf. Nix mit fünf. Boo. Glocken hoch. Abwehr hoch. Tiefe. Fesselung um 50% verlängert. T-Per-Verbrauch 5%. Okay. Magische Abwehr. 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 Oh, gibt's keine Fünfer. 20. TP Maximum. Limit Stufe plus. Oh, lala. Glück plus. Immer gut. Yuffie ist auch die glückliche. Und dann sind wir wieder bei Barrett. Okay. Dann hat Barrett einen neuen Arm gekriegt. Ist nicht immer klar, ob es der beste ist. Angriff geht um 33 runter, aber das ist quasi der Magiearm. Aber ich schätze mal, da man den hier aufsammelt, wollen die, dass man den jetzt benutzt. Energiehaken. Dann nehme ich das, was Cloud hat wahrscheinlich, weil das ist das stärkste. Magische Abwehr. Magische Abwehr. Magische Abwehr. Läuf der Zauberkunst. Skillen wir ihn mal auf Magie. Magische Attacke, Feuer, Schoß, MP Maximum, TP Maximum, TP, Phoenix, Na gut, da ist ja die Gegenstände, MP-Boost, ne wir machen TP-Boost und präzise Abwehr und dann die Cloud-Sachen, aber dann gehe ich mal so hin und nehme mir Glut und Frost, FP-Bonus und Gewitter Luft, ich weiß nicht was kommt, Schwerkraft machen wir weg, geben uns Analyse, Gewitter Luft, Glut, Frost, FP-Boost, ich will endlich Glut und Frost aufleveln, das dauert so lang. Ich kenne dich von deinen YouTube-Videos, kannst du die Selbstständigkeit mit Twitch aufrechterhalten oder bist du wieder zurück in 9 to 5? Ich habe ein Video dazu gemacht, am Anfang des Jahres, was kannst du dir auf meinem YouTube-Kanal anschauen? Ausrufezeichen YouTube. Ich glaube, du redest von meinem alten YouTube-Kanal, du kannst dir meinen neuen YouTube-Kanal anschauen. Ausrufezeichen YouTube, da habe ich auch ein neues, also ist jetzt schon ein paar Videos her, aber da rede ich genau darüber, was ich 2023 verdient habe mit meinem Gaming-Content. Aber nein, ich habe keinen 9 to 5, das hier ist mein 9 to 5. Miesi. Was geschieht jetzt? Ich muss ihn doch bestimmt hier besiegen, warum stehen hier sonst diese ganzen Barrikaden rum? Es wird sät. Oh nein. Ach, der wurde gefangen genommen. Ich dachte die ganze Zeit, die haben Baradoc eigentlich gefangen. Ich weiß dich. Däuner. Hang auf. Ich werde dich aus hier raus. Ja, ich lege und lege. Ich lege und lege. Barrik Wallace. Komm schon. Was ist eigentlich dieses kleine Kind von? Barrett. Sie sollte hier sein. Die ist noch im Mitge, oder? Ja. Ja, das stimmt. Die war bei Ares Motto. Ja, ja. Wir haben ja vorhin gesehen. Looking. Ich bin mir nicht. Ich bin. Ich bin. Komm schon, dann, mach es. Bitte, ich bin hier, um dir zu helfen. Du bist hier, um mir zu helfen? Du kannst den Text nicht lesen. Außer du verstehst kein Englisch, dann lese nur den Text. Das ist zwischen uns und niemandem. Nur du und ich, dann. Hier, jetzt. Voller Metal-ge-Solid-Kampf irgendwie. Gehen die kaputt irgendwann? Sieht nicht so aus. Okay. Gott, dauert der lang, der Feuerstoß. Was machen wir denn gegen den? Feuer wahrscheinlich. Er sammelt umliegenden Schrotten, benutzt ihn? Okay. Spoiler. Oh, komm. Ah, Quatsch. Deswegen haben wir auf Magie geskillt. Als ob ich da war. Ich war so weit weg. Ich war nicht so weit weg. Wird der schwer? Keines Herrn, dass der schwer wird? Oh Gott. Ich glaub, der Gegner wird schwer. Ja. Ey Tommy, hallo rein. Oh. Licht der Schuld. Oh, okay. Ich hab mir kein Gebet gegeben oder sowas. Energiehaken. Schleudert den Gegner bei deinem heftigen Angriff in die Luft. Zusatzeffekt nachladen. Feuerimpuls. Ne, wenn, dann mach ich maximale Boot. Oder Schockschuss. Einen Moment, muss ich mir einen Megatrank geben. Oh Gott. Und der Tifa wär hier echt geiler, Mann. Wofür steh ich denn hinter dem Ding? Wenn das Blitzding einfach da durchgeht? Dann gib ihm mal so ein, schau mal was passiert. Schockschutz. Ich mag's hier nicht. Ich muss hier weg. Das ist doch kacke, die Attacke. Ja, du kannst ja... Ich glaub, ich muss R1 anfangen zu drücken. Ey. Wofür ist man denn hinter dem Stein? Ich check das nicht. Ich glaub... Ich glaub, der Stein ist egal. Okay, wir müssen gleich nochmal machen. Nein. Kannst du nicht schlafen? Kannst du nicht schlafen? Ist schon Schlafenszeit. Oh ja. Langsam. Soll ich jetzt schon irgendwas umskillen? Eigentlich nicht. Ich glaub, Magie ist richtig. Ich muss halt seine Attacken checken. Ach so, blöd. Was? Nochmal? Ich glaub, man kann... nicht mal Feuer einsetzen, wenn ich... ihn nicht sehe. Also ich kann jetzt nicht Feuer einsetzen, ne? Nee. Ich muss in seinem... in seiner Blickbahn sein. Und jetzt muss ich wieder Analyse machen. Okay, so weicht man immer aus. Ich glaub... Schockschuss war schon gut, oder? Nee. Ich dachte, du wärst hier, um mir zu helfen. Okay, vielleicht machen wir doch einfach nur Feuer attacken. Nein. Ich komm da... Ich glaub, ich muss R1 drücken bei der Attacke. Ich komm da nicht weg. Du bist halt Mittwochabend wach. Ich will nicht auf Twitch sein. Papa sagt ab ins Bett. Erinnerst du, als wir das Frack-Problem hatten? Du und ich setzten Trappen. Und du getötet hast. Ich glaube, alte Gäste sterben. Ha, 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 ha. Da geht er wieder. Unser gefährlichem Freund. Gemein, 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 woher ich sonst hin soll. Nein! So eine nervige Attacke. Das ist echt wie so ein Metal-Gesolid-Kampf. So taktisch hinter Sachen versteckt man so. Ich muss näher dran sein dabei. Okay, nice. Und jetzt so ein Schockschuss. Oh ja, okay. Jetzt wieder ein Megatrank. Warum ist Eis ausgewählt? Warum ist Eis ausgewählt? Im P werden halt irgendwann weniger. Vergiss mich! Es-Mine? Ach, das sind die Dinger. Wut, wut, wut. Elinor. Marlene. Auf der Hilfs-Fitch bei meinem Schleifen? Ja, oder so eine schöne... eine schöne, ruhige Doku im Hintergrund oder so. Und warum hat der jetzt so Tentakel? Warum sind wir jetzt bei Akira? Das ist so Akira. Das ist 1 zu 1 Akira sogar. Außer dass es Schrott ist und nichts. Oder eine Stahlschwinger. Habe ich jetzt nichts mehr? Aber er kann auch nicht mehr schießen. Okay, angenehm. Okay, neue Form, neue Form. Ich muss einen Trank machen, ich muss einen Trank machen. Er kann immer noch schießen. Das ist gemein, das ist gemein. What? Okay. Okay, lasst euch blocken dabei. Kantonsstrahl? Was, 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 was? Uff. Denker. Jaja. Okay und wer... Aua, es geht weiter. Ich will Limit machen, sobald er im Schock ist und er ist gleich im Schock einfach. Geh näher hin, wenigstens, um sicher zu gehen. Limit, Granate, das wird ihn aber wahrscheinlich nicht tun. Er lässt sich so viel Zeit, das ist so wenig, lass mich verarschen. Maximale Wut. Eieiei, da habe ich mehr erwartet. Boah, wie kurz der Schockzustand ist. Oh Gott. Ich habe Phoenix. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Heilt mich dann Phoenix? Ich glaube Phoenix macht mehr Sinn, als jetzt einen Trank einzusetzen. Barriere? Ja. Barriere ist allgemein super gut. Vor allem, wenn man irgendein Amulett hat, was einem das sofort gibt. Komm, gib mir Trank zur Sicherheit, falls es nicht klappt mit Phoenix. Ach, gemein. Ich greife an Phoenix, mach Sachen. Ich greife an Phoenix, mach Sachen. Und wieder. Herz, Engel, behebt Kampf und Fähigkeit und heilt die TP vollständig. Angriff, Angriff, Angriff. Aha, gemein. Fenix, Fenix ist gleich dran ey, Fenix macht gleich fetten Schaden. Nein! Okay, jetzt. Oh, das war so knapp, ich stehe in der Mine drin. Die Mine explodiert gerade. Und jetzt heilt mich Fenix komplett, wie geil. Fenix ist so gut. Wahrscheinlich dieser jetzt weg, oder? 2500? Die Mine ist halt echt explodiert. Geil. Geil. Das ist offen. Perfekt, wie es das klappt? Det ist offen hier. Gegellet. Kommen ich. Ich habe den Moment geschaut. Ich kann keine Zeit, die hier in der Art des Lungen Na, ich kann nicht mehr leben. Barrett hat schon Power, aber er ist halt so unglaublich träge. Aber er hat zum Glück auch. Es ist ein fairer Kampf. Was? Keine Worte? Coward! Wenn der Gehen wird schwer, er ist weg! Ja, du hast recht. Über alles. Ich hätte niemals glaubt ihn. Aber das Geld... Ich dachte, es hat unsere Leben verändert. Na ja, es hat alles verändert. Du weißt, ich kann sie jetzt hören. Die Übersetzung ist aus dem Japanischen. Die englische Übersetzung ist tatsächlich die, die falsch ist, aber ich finde die englische besser. Aber sie ist nicht getreu dem Original. Aber dafür emotional. Was passiert? Oh, ich weiß. Sinra! Always Sinra! Oh! Oh! Was ist mit mir passiert? Ich will sie wieder sehen, und ich weiß, was ich tun muss, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ah, das ist gar nicht Barrels Tochter. Moment. Sie ist in Mibgar. Schau mal das. Sie hat ihre Mutter's Augen. Sie auch. Nachdem alles zerbricht, ich wusste nicht was zu tun. Myrna war tot, und ich dachte, dass du auch. All I had, was guilt and regret and the weight of it was too much. But Marlene gave me the strength to carry on. Sie nearly died that day. Haus was about to come down when I heard her crying. And ever since, she's been my reason to get up in the morning. You took my baby girl from me. You knew she meant the world to me. You knew. And still you took her. That's not true. You took everything from me. Everything and everyone. You took everything from me. Und ich habe die Geschichte in Mibgar. Ich habe die Geschichte in Mibgar. Ich habe die Geschichte in Mibgar. Und ich habe die Geschichte in Mibgar. Ausgefleischt. Ausgefleischt. Damit das Sexschicksal. Nicht ganz. Wenn man das Spiel jetzt nur so gerade sehen würde und nix anderes kennt, würde man denken, in einer Welt, in der Menschen Waffen als Arme haben. Ein verliebtes Pärchen findet sich nach Jahren wieder. Ihre Liebe zuerst. Verwehrt von allen. Doch im Tode verdrücken alle eine Träne. Rudet. Ich habe dich missen. Jetzt mal besser auf ihn aufgepasst. Der Weißfilter. Was ist denn für ein Weißfilter? Ich weiß, dass das Marlene und seine Mutter war. Ihre Mutter war ja. Was ist denn für ein Weißfilter? Ist der nicht dreckig genug? Müssen wir hin. Zurück rennen. Lass mir Barrett liegen. Im Original springt er von der Klippe? Echt? Boah, warum kann ich mich an nix erinnern? Wir sehen Eis ist. Achso, das stimmt. Bring mir ein Eis mit. Also im Stream spiele ich, wenn nur die Story. Privat mache ich dann 100%. Wie immer. Und hier haben wir den typischen Final Fantasy 7 Gegner. Oh Gott. Ich habe keine Magie dabei. Ja, 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 ja. Oh Gott, was macht der? Hä? Robo-Frosch. Wie geil, Robo-Frosch. Nein, ich habe nicht mal Analyse dabei. Ohne Analyse. Das kann ich nicht machen. Garret hat sich hier, aber ich habe es zwei Ball. Auch vielleicht nicht ausgerüstet. Das ist schon mal nicht gut. Provozieren. Warum ist der so dumm? Die Kiefer schlägt einfach noch Stahl ein. Wie geil ist dieser Gegner. Das ist wie so ein Frosch, der einfach keine Koordinierung hat. Koordination? Macht er unschuld? Oh, keine Ahnung, keine Ahnung, äh, 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 Flammenblitz? Kann ich in der Zeit ihn da oben angreifen? Fertigkeiten, Götzsalto, Palma, tatsächlich! Ich bin nicht hingekommen. Fuck, ich hab keine Magie in ihm, das wär geil, das heißt ich kann Calma, Palma angreifen, während er da oben steht. Ich will sowieso draufgehen, weil ich muss unskillen. Du hast Feuer, Palma ist bestimmt Feuer. Das ist frisch zu mir. Ich will jetzt hier nochmal, ich will sehen, was passiert. So, ich bin ein Typ. Oh, danke! Du bist mit. Oh, du bist! Näh, ich bin fertig. Den above den, ja. Ohön, ich bin nicht fertig, wirst du sicher, Wann? Oh, nein, ich bin nicht einfach. Ich will den Kampf nicht gewinnen. Wir sehen, was passiert, wenn ein Palmer rauskommt. Hey, Schwersturm. Ich bin dauernd unterbrochen. Ich kann Titan beschwören. Let's do it. Jetzt habe ich ein Limit und bin tot. Stopp den wieder rein. Das ist für ein geiler Kampf. Wie geil dieser Frosch animiert ist. Bei der Hälfte rastet er komplett aus. Okay. Dann lass mal kurz umskillen. Ich will eigentlich nur Analyse. Aber auch Glut und Frost. Vielleicht brauchen wir das. Präzise Abwehr, glaube ich, brauche bei dem gar nicht. TP-Boost. TP-Boost. TP-Schock. Tiefer. Tiefer Macht. TP-Boost. TP-Boost. Chakra. Heilen. Äh, mache ich Heilen weg. Und gebe ihr. Geringer ATB-Aufladungsboost bei geschockten Gegnern. Oder effizientes Blocken. Nee, ATB-Schock. ATB-Boost, ATB-Schock. Heilen. Warum hat die noch ein Heilen? Achso, ich habe das gerade nur vertauscht. Verdammt. Protests anwendbar. Vielleicht gebe ich hier auch einfach ein Feuer, wenn er rauskommt. Er ist bestimmt anfällig auf Feuer. Kein Feuer mehr. Okay. Gestärkte Attacke. Mass Courage. Sollte ich mal nehmen. Automagie? Nee, 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 nee. Haben wir keinen MP-Boost? Krass. Doch. MP-Boost. Stehlen. Glut heilen. Automagie. Gott, warum hat sie so viel Automagie? Äh, dann mach du mal. Zweimal heilen. Wir wollen es nicht übertreiben. FP-Boost. Widerstand. TP-Absorption. Chakra. Gebet hat Red. Geh mit dir. Gebet. Toxin brauchst du auch nicht. TP-Boost. TP-Boost. Noch ein TP-Boost. Den geben wir aber. Wobei, wir können ihn auch Aerith geben. TP-Boost. MP-Boost. Stehlen brauchen wir auch nicht. Feintechnik. Frost. Analyse. Schau. Siehst du, da ist noch eine Analyse. Noch ein TP-Boost. Okay. Geben wir TP-Boost hier anstatt stehlen. Okay. Dann füllen wir die noch schnell auf. Mit Stuff. Lockziehen. Das ist eigentlich Widerstand. Achso. Das ist nicht schlecht. Widerstand. Und. Effizientes Blocken. Jetzt habe ich. Ach Gott. Ich hätte die Items zuerst ändern sollen. Oh Gott. Was für ein. Wie ist das denn? Oh Gott. Was für ein. Hier. Das ist das, was TP. Ein TP übrig lässt. Jetzt habe ich immer noch einen Platz frei hier. Okay. Bleiben wir so. Das Sinnodex Video war ein absoluter Banger. Habe jede Minute genossen. Und es war auch echt gut geschnitten. Keine Ahnung wie lange du da dran gesessen hast. Aber es hat sich gelohnt. Dankeschön Mixery. Also wir haben monatelang hier das Gameplay aufgenommen. Halt. Über Monate hinweg. Und dann habe ich so. Nachdem alles Gameplay aufgenommen war. Also nachdem wir alles gemacht hatten. Tatsächlich live. Und. Habe ich so. Anderthalb Wochen. Zehn Tage am Stück. Jeden Tag so. Zwölf Stunden dran gearbeitet. Allein mich nochmal aufzunehmen hat. Habe ich zwei Tage am Stück aufgenommen. Jeden Tag. Beide. Also beide Tage. Okay. Ich kann noch kurz Synthese machen. Mehr Heil Items. Hier geht es nochmal. Stückzahl. Bam. Ich habe noch keine Stufe aufgestiegen. Vier. Fünf. Ich kann Rüstungen sogar erstellen. Ich dachte das ist alles. Okay krass. Euler Ventil. Windmühlen Bauteil. Okay. Ready. Gute Nacht Coakuma. Vielen Dank für den Raid. Hallo Paco. Danke Olli. Paco will das ich trinke. Gluck 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 gluck. Musik hier ist gerade so geil. Ey dieses Schwert was ich da habe. Und Elektro. Limits oder Synchro Fertigkeiten können diese Maschine umkippen lassen und im Zustand richten Angriffe auf Cockpit. Angriffe auf Cockpit besonders mit Schandern greifen sich mehrmals hintereinander mit starken Fertigkeiten an während Palmer provozieren das Walden zeigt. Genau. Aber Palmer hat doch sicher eine andere Schwäche. Vielleicht auch nicht. Das heißt ich muss Blitz machen. Bin ich noch reingerannt. Das ist Cockpit. Soll ich ihn jetzt analysieren? Er ist schon wieder drin. Ich mach mal Aerith ist mal die Heilerin. Ich glaub das gehört sich so. Das ist Cockpit. Ich komm nicht zum Cockpit. Ja. Tifa was könnte Tifa denn cooles machen. Gutes. Ah hier ist er aufgestimmt. Schnapp Kick. Geil. Das ist ein guter Gegner. Okay dann mach ich mal auf ihn Elektro und es geht. Er hat auch die Schwäche Elektro. Okay. Ist gut. Tifa. Mach mal Garage of Cloud. Aerith mach mal. Vita auf Cloud. Warte noch. Nein nicht hingehen. Ich bin so blöd. Andere attacken Nein, geh da doch nicht hin Ey, mein Limit ist fast fertig Habe ich gerade ernsthaft einen Blitz in der Luft gemacht Äh, Ifrit, ich habe keine Elektrobeschwörung Shiva Er hat keine Resistenz Das ist egal Ich nehme mal Shiva Hey, Rani Oh, eine Synchrofertigkeit Blütenstorm Der Gegner ist nicht schwer, glaube ich Aber er hat es geil gemacht Die Animation von dem Roboter Palma, wie er rauskommt Ich weiß nicht, was ich tun soll Oh Gott Was? Das ist dann Graffertigkeit Spirersprung Ich glaube ich mache jetzt schon Limit Oh Gott Oh Gott Eryth muss mich gleich heilen Atomisator Kreuzschlag Ne, Item ist besser Megatrank Cloud Warum habe ich 0 MP? Was kostet 0 MP? Geil Komm, Schocki Oh nice Schade, dass es noch nicht im Schock ist Aber jetzt ist es im Schock Nein Quark, Quark Ich habe nicht wirklich Attacken geführt Ich hab nicht wirklich Attacken geführt Vernichtender Laser. Ich stehe ein bisschen blöd. Eris, das doch. Wir haben hier Synchrofertigkeit. Hat Eris nicht auch ein Limit? Jawohl. Segen des Planeten, heilender Wind. Ja, ein bisschen heilender Wind machen. Alle werden geheilt. Wie geil. Nein, ich heiße. Oh Gott. Jetzt provoziert er. Er und nicht mehr Palmer. Wie geil. Der ist einfach autonom. Der Böse, Böse. Das reicht. Das reicht. Fuck. Ich habe ihn fast. Tiefer. Limit. Rechtsbein, linkes Bein. Robofrosch. Robofrosch. Ne, willst du nicht? Was ist mit deinem Limit? Limit, Salto, Robofrosch. Die Explosion. Und weg. Hallo? Okay. Der ist easy, aber super lustig. Bringt das Spiel die PS5 an ihre Grenzen? Ne, lang nicht. Das Spiel ist nur riesig, weil es so krass viele Texturen hat und Gebiete einfach. Du kommst gerade vom Konzert. Ice Nine. Oder was war es? Und wie bitte? Das ist bestimmt dieser... Ja, genau. Dio. 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 Dio? Dio. Du brauchst einen richtigen Begründung. Ich versuche dir. Danke. Na, was haben wir warten? Los geht's! Also, unser Namen ist nicht officiös. Hm. Hm, die Sicherheit meiner ganzen Gäste ist paramount. Ich weiß nicht, was in Midgar passiert, aber für mich ist es nicht wichtig. Du bist immer willkommen, mein Freund. Ich mag auch Dio. So der Satan von Dragon Ball. Nur, dass er tatsächlich was kann. Oder er ist halt wie jeder... Ähm... Er ist... Wie jeder Jojo Charakter. Normandy ist angeschaut. Kenn ich nicht. Verrett. Er sagte, er wollte ich mit der Gefahr leben. Ja... Wir sind hier für dich. Ich hatte euch vor, jemand kommt zu euch. Ihr seid mega-sad und dann kommt er euch... Du schaukelst das schon. Danke, Papa. Hm... 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 Ja... Ich beginne zu denken, du könntest... Hm... Komm schon. Es ist schon geil, dass du jede Waffe in dem Moment ausgerüstet haben kannst. Und in der Cutscene greift er perfekt nach dieser Waffe einfach und steckt sie sich perfekt hin. Ich meine, sie sind alle ähnlich, aber trotzdem. Und Kite Sith ist... Sie hat sich keiner irgendwie hinterfragt. Warum ist er eigentlich dabei? Was machen wir mit dem? Nehmen wir den mit? Warum? Wo ist dein riesiges Tier? Hier. Geil. Sorry, aber... Root hat auch keine Chance. Fahrt! Ja, die Turks ist schon krass. Ich weiß. Vor allem der Dior ist das vielleicht alles mal auf. Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn man so aussieht, dann muss man nicht unbedingt stark sein. Also natürlich stärker als die meisten, aber Cloud ist trotzdem auch gerade stark. Zielen, Zielgeschwindigkeit ändern. Buggy steuern? Was? Wie soll ich denn den Buggy steuern dabei? Schießen, Nachladen, Feuerstoß. Okay, ich kann den Buggy steuern, um mehr zu sehen, aber ich muss ihn nicht wirklich steuern. Hallo, Piskel Dipper. Was? Hallo? Äh, Nachladen ist ja auch okay. Hallo, sorry. Wie sage ich deinen Namen? Ist das einfach Pascal? Dankeschön für den Raid. Einfach Pascal. Super, ich muss nachladen. Äh, ich hoffe es geht euch gut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir spielen Final Fantasy. Spät in der Nacht. Ich mache das nur zur Zeit, weil ich Final Fantasy liebe. Normalerweise streame ich Pokémon unter Tag. Aber wenn wir Final Fantasy haben, dann muss ich das in der Freizeit. Wir gönnen. Was hat Pascal heute getrieben? Ich will... Okay, ich muss schneller zielen. Ich will aber El... Elena... El... 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 Elen... El... Elen... Hallo Klazihasi, hallo Sternchen, hallo hallo hallo. Barrett müsste physisch ein Biest sein. Ja, ist er ja auch, aber er schießt halt lieber. Und halt lieber Abstand. Ich habe alle beim Murmeln enttäuscht und wir haben eine grausame Doku geschaut. Will ich wissen, was für eine grausame Doku ist? Das Murmeln. Das kennen wir auch noch. Lang ist es her. Gott, ist es schwer. Noch schneller. Achso, es geht noch schnell oder langsam? Gott, wie nervig ist der? Barrett ist echt... Okay, Barrett ist der Einzige, der das machen kann, aber... Ich meine, wir könnten auch einfach einen Gravitas dahin machen und ein riesiges schwarzes Loch erscheint und der Hubschrauber ist einfach weg. Aber nein, wir müssen so tun, als ob Magie nicht existiert außerhalb des Kampfes. Ja, das ist ein Wunder, wenn ich das schaffe, ey. So schlecht. Geisterjäger, die zu viel Bier intus hatten. Aha! Jetzt bist du bereit für ihn! Willst du kommen? Wie kriegst du ATB außerhalb des Kampfes? Warum ist der Frosch wieder da? Yippie, er ist immer noch drin und freut sich, obwohl der Roboter Frosch ihn hintergangen hat. Ich kann ja nicht mal ausweichen, oder? Oder ist das da zum Ausweichen da? Vielleicht sollte ich ausweichen. Ey, ich schaff das nicht. Okay, warte, nein, nein, nein! Nach da... Dann schießt er... Dann kann ich da rüber und dann bin ich gerade ausgewichen. Okay, das ist zum Ausweichen. Jetzt ist es die Mitte zuerst. Nein! Okay, das ist... Das ist kacke, ey. Ich mag das nicht. Und, Tinus! Gute Nacht. Zurück zum Kampf, der ab dem Boss-Kampf. Okay, nur der Boss? Oder... Oh Gott. Aber jetzt nicht DER Boss-Kampf. Okay, gut. Und wir sind komplett geheilt. Das ist ein bisschen zu einfach. Wahrscheinlich gibt's hier ne Trophy. Buggy über 50%, über 70% oder sowas. Ich habe es verstanden. 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 Enttäuschend. Nein, nein, nein! So, 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 steuern hier. Ein bisschen zu sparen. Oh. Die Kanone soll ich schießen? Wenn ich die Kanone sehen würde, kommt genau in dem Moment die Kurve, sodass ich die Kanone nicht abschießen kann. Die Waffe lockt an, aber dann kommt eine Kurve und man ist auf einmal sonst wo mit der Waffe. Das ist blöd, das war aber nicht cool. Wir hatten aber den Kampf Ende, wir fahren davon und alles ist gut. Das war unnötig. Not good. Hi Pascal, Dankeschön für den Raid. Gute Nacht, gute Nacht. Sie springt raus. Easy. Kein Problem. Knie aus einem anderen Universum. Was ist das? Bist du falsch? Hör auf! Oh shit! Was ist falsch mit dir, Leute? Hör auf! Ach, die kannst du überfahren, das macht der doch nichts. Wie geil. Sie springt aus dem Helikopter, mindestens 50 Meter da oben. Wie läuft es? Ich habe mir etwas anders gesehen. Wie fahren Sie? Ich habe etwas schlimmer. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Irgendwann bist du tot. Lange Zeit, meine kleine Frau, die Wahrheit wusste. Wird auf Deutsch wirklich Spatzi dann? Cringe. Wir haben heute viel geschafft. Ist das ein Back? Oder ist das... Das ist alles, um es zu tun. Wenn du mir nicht sagen möchtest, bist du in einem sehr guter Mood. Well, es wurde produktiv. Ja, der hilft uns. Warum? Sing. Nicht zu viel Spaß. Warum hilft der uns? Der hat... Und warum war hinten Kite Sith? Gibt es mehrere Kite Sith? Ja, wieso ist die Katze im Hintergrund? Gibt es davon mehrere? Ist das so wie Red? Oder ist das so wie ein Kuscheltier, was besessen ist, aber nur das eine ist besessen? Oder war das ein Rückblick? Wie ist die Katze? Wie ist die Katze? Wie ist die Katze? Wir haben immer die Augen auf sie. Nein, Rani. Wir glauben nicht so. Ich verstehe. Ist sie eine höhere Priorität als die Materie? Nicht sie so viel wie ihre birthright. Es ist ein Traum von mir, dass sie es mit meinen eigenen Augen sehen sehen. Entstanden. Wir werden auf die Überlegung stecken. Ha 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 ha. Es ist ein Traum von mir. Wie süß. Moment stimmt, wo ist Vincent eigentlich? Das ist nicht Vincent. Aber wann kommt Vincent? Wann kommt Vincent? Oh, komm mal. Du kennst mich? Ich dachte, er ist der Freund von Barret. Aber doch nicht. Und ich kenne dich, Herr Präsident. Du und deine Angst. Ich sage, du bist Claude's Papa. Ha 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 ha. Du bist immer nur ein Kind, nicht wahr? Ein schweigartiger, pathetiger, schweigartiger Kind. Und unter diesem brattischen Exterium. Und unter diesem brattischen Exterium. Ein schweigartiger. Ich habe das nicht verletzt. Ich habe das nicht verletzt. Warum würde ich? Es hat mir alles gebracht. Jetzt ist das Geist. Ich versuche das Geist. Wir brauchen wirklich mehr Menschen wie du. Für die Welt einen Schlag in den Arm. Blinzeln. Ich will doch nur blinzeln. Aber was willst du wirklich? Sweet. Ich check nix. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt check ich noch wenige. Wichse. Nicht heute, mein Freund. Nicht heute. Kapitel 8. Das Goldene Paradies. Wunderschön. Es ist schon ein verdammt geiles Spiel. Aber... Ich check nicht, was sie aus der Story gemacht haben. Ich verstehe das hier nicht. Warum war da gerade Kite Sith? Kite Sith wurde noch null erklärt. Ich weiß es auch nicht mehr, was Kite Sith ist. Ist das sowas wie Red? Mutant? Oder ist es tatsächlich ein Spielzeug, in dem eine Seele lebt? Irgendwie sowas muss es ja sein. Es ist sehr viel Getease die ganze Zeit, ja. Ich kann... Du hast es zum ersten Mal jetzt gespielt und hast gar keine Ahnung von Final Fantasy 7. Ich kann mir halt... Wenn ich nicht wüsste, wenn ich nicht wüsste, hey das ist Zack. Ich kenn den. Ich kenn die komplette Geschichte von dem. Ich weiß warum der hier ist. Ich weiß wer der ist. Ich weiß die ursprüngliche Geschichte. Aber wenn ich... So wie du das nicht kenne und dann ist die ganze Zeit dieser Zack da und du bist so, hä? Dann checkt man doch erst... Ich verstehe zwar nicht, was hier passiert, aber ich weiß zumindest, was eigentlich passiert. Zack verstehst du kaum? Dann guck dir einfach ein Video an, wo Crisis Core erzählt wird. 10 Minuten Video, wie Crisis Core erzählt wird und dann weißt du, was Zack eigentlich macht. Und... Am Ende von Crisis Core stirbt Zack. Und Zack und Aerith sind quasi ein Pärchen. Und Zack stirbt... Verliebt in Aerith. Und dann naja... Aerith stirbt in Final Fantasy 7. Aerith ist bisher noch nicht tot. Zack ist auch nicht tot. Und... Why? Warum sterbt ihr nicht? Einmal gucken, vielleicht stirbt Aerith ja noch. Ruhe. Klappe. Wir... Sehen uns morgen wieder. Morgen Mittag. Und danke schön fürs Zuschauen. Danke fürs Da-Sein. Danke schön fürs Chillen. Und ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Geht ins Bett. Habt euch wohl. Ähm... Ja. Das ist das nächste Mal ein Gesprächsteher mit deinem Vater, wenn du ihn siehst. Cool. Gute Nacht. Gute Nacht.